all right all right all right was haben wir denn hier ein hyrule wen finden wir heute in hyrule kleine crocs mal wenn da so ein kleiner hase davor ist heißt es dann ich hab das noch nicht doch ich hab die doch schon okay der hase ist wirklich immer da gut wir laufen wir gehen wir cruisen wir sind nicht so wie die versnobten julianer wir nehmen noch unsere füße in die hand anstatt auf flugzeugen hovercrafts durch die welt zu fliegen wir machen es noch die arbeit muss da hoch je g je wie sieht's eigentlich aus mit j.j. und selder Ist das eine Kombo, die existiert, oder ist das eine Kombo, die nicht passt? Wenn man JJ an einem Samstagabend trifft, trifft man ihn dann beim Zelda-Spiel? Hallo Angel, hallo Superius. Chill. Das ist voll lang so gelitten, hat. Da vermisst uns niemand. Ich vermisse Zelda. Wo ist sie überhaupt? Wo ist sie? Gar nicht da. Ja, ich vermisse Zelda so sehr, ich muss es ständig spielen. Hallo Mariko. Mariko holt sich die Streak ab. Nie wieder wird sie eine Streak verpassen. Was ist denn hier für Büffel? Ich wollte eigentlich nur schnell zu dem Schrein. Wenn wir schon einen gesehen haben, mal endlich, ausnahmsweise. Oh, hier ist aber ein schöner Apfelhain. Wenn wir Äpfel brauchen, dann ist hier ein Jackpot. Sehr gut, ey. Aber geil, die Äpfel fallen runter, wenn man nur den Baum einmal trifft. Das wusste ich nicht. Füchse! Ich habe es mal versucht, aber tat mich irgendwie schwer damit. Das kann ich sogar verstehen. Wenn ich Mittagsschicht habe, da reist sie vermutlich wieder. Mittagsschicht. Ich höre immer nur von Früh- und Spätschicht. Was ist denn die Mittagsschicht? Au. Hallo, Marco. Flülülülüt. Fehlender Pfad. Sonnen-Apanu-Schrein. Okay, mir scheint es so, als müsste ich hier einfach... Das wird der schwerste Schrein von allen. Ey, Pascal. What's poppin' in the Pascal-World? Mann, ist der Leo heute cringe. Was ist da los? Hallo, Pascal. Äh, wie... Wie, wie, wie? Ich würde mal sagen... So? Geht das? Ne, ich meine so. Ja, das geht. Los. Von 12 bis 19 Uhr. Das ist die Tagesschicht. Ganze Tag im Arsch. Mhm, 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 mhm. Okay, okay, okay. Okay, interessant. Aha, mhm. Aha, mhm. Möchte Dinge jetzt mitnehmen. Not cool, man. Lukas, hallo. Dankeschön für 51 Monate. Die übertreibt langsam. Ich glaube, ich muss langsam... Wir haben jetzt die 5 Jahre erreicht. Es gibt schon jemanden mit 60 Monaten. Wir haben jetzt die 5 Jahre erreicht. Ich glaube, wir müssen mal überlegen, aufzuhören. Ich kann das langsam nicht mehr verantworten. Das ist zu 51 Monate. Ähm, hm. Soll ich einfach die 3 Dinger übereinander stapeln und dann da hoch? Okay. Reichen 2? Komme ich damit überhaupt durch? Ich komme hier gar nicht durch mit denen. Ich glaube, da hinten waren Bretter. Oh, hier ist ja was ganz anderes. Oder was? Warum? Weiß nicht. Es ist so viel. Hallo, Lukas. Lukas und Lukas. So begann der Krieg zwischen den beiden Lukes. Okay, das Kling kann ich gar nicht mitnehmen. Äh, war hier was? Nein. Okay, dann bin ich leicht... verwirrt. Es sieht schöner aus mit Wall vor dem Namen. Lukas hat jetzt auch den Mindball. Ey, dieser Mindball, ne? Was für ein geniales Design. Wie, reicht es oder was? Kann ich reichen. Aber, nee, ich kann ja nur schwimmen. Oh, Melo. Warte mal, aber ich könnte da einfach... Ist das der Weg? Das ist viel zu einfach. Ich dachte, das ist schwerer. Hey, Azrael. Ihr habt Drip... Ihr habt die Dripballs, genau. Die Balls drippen. Ist es so einfach? Ist es so einfach? Oh nein. Peinlich. Was habt ihr heute getrieben am Samstag? Was treibt ihr am Sonntag? Irgendwas Spezielles? Irgendwas erwähnenswertes? Geht ihr... Keine Ahnung. Geht ihr vor Gericht? Geht ihr... Macht ihr ein illegalen Straßenrennen mit? Oder illegale Traktorrennen? Noch besser. Äh... Mindball ist, glaube ich, nach vier Jahren. Unite zocken? Immer noch? Was ist eigentlich aus diesem Crash-Fortnite-Ding geworden? Das hielt auch nicht lange, oder? Mein Bruder hat heute Geburtstag und wir waren bis eben essen. Dann Happy Birthday, Mariko Bruder. Dann gehen wir noch zu dem Blauen. Wo war der Blaue jetzt? Der war doch hier oben. Naja. Mit Pascal Unite zocken. Unite, ey. Nehmt doch einfach Sassi an. Pokémon Schwert und Schild. Null bis zehn. Ist das eine Frage? Das Crash-Game ist nicht so meins. Pokémon Schwert und Schild ist eindeutig eine 15. So großartig ist dieses Spiel. Ich erfriere, ich erfriere, ich erfriere. Äh. Oh, oh, oh. Fällt der auch irgendwann wieder normal? Nein, okay. Was war denn das hier nochmal? Achso, das war der Dungeon. Der erste Dungeon. Ja, der war schon geil mit diesem, mit diesem. Mit dem Trampolin. Schon einfach geil gemachtes Spiel. Ah, das haben wir schon gemacht. Lebt der Lukas in Köln? Ich habe gehört, Lukas lebt in Köln. So wie Pascal. Wo war denn der? Soll ich es doch schon sehen. Ist zumindest das Spiel, wo ich mit Abstand die meisten Stunden drauf habe. Schwert und Schild. Ich auch mit irgendwie knappen 4.000. Warte also. Auch nicht. Da ist man einmal in Köln. Und dann seid ihr nicht da. Ich dachte, Köln ist die Stadt, in der man leben soll. Ich dachte, da sind alle coolen. Dann habe ich ja noch 3 Jahre vor mir. Ich glaube, Mindball waren 4 Jahre, ja. Ich habe den extra gemacht. Und jetzt sollte ich irgendwie mal gucken, ob es einen Ball gibt für 5 Jahre. Aber ich wüsste nicht, wie ich noch höher gehen soll als den Mindball. Der Mindlingball. Na Gott. Muss ich alle besiegen? Was ist das Ziel? Ich glaube, ich muss alle besiegen. Na dann einfach cool. Willst du kämpfen? Komm jetzt alle? Ich wollte doch gerade drücken, Mann. Ich habe mal ein Stückchen. Ich komme doch. Lukas auch. Ich glaube, ich hätte einfach die Stachel nehmen sollen. Ich glaube, ich hätte den Alarm nicht mehr machen sollen. Ich hätte hier einfach durchschleichen müssen. Okay. Zu spät. Ich muss eh eine Truhe finden. Ich bin kein Junge. Duist. Duist. warum geht es nicht loslassen damit es geht nochmal vielleicht schaffen wir zu weiß nicht mastermind der meister mindball aber wie sieht denn ein mastermindball aus oh nein hallo j wie sieht denn ein mastermindball aus ist das so ein ball der oben geschwollen ist oder so ein großes gehirn hat schon alle farben durch ja wenn ich hier lang gehe dann ist da diese blockade oder gar nichts kann ich denen besiegen ohne dass der alarm losgeht verstecken ich finde mich nie was soll hier sein ist hier nix mich da hoch aber hoch oh mein gott ich kann auch für die schnelle antwort von den gb operator video gerne warst du das mit new und ding muss echt aufpassen dass du in smaragd richtig reset ist weil smaragd ist das einzige spiel das anders funktioniert wegen den shiny frames aber vielleicht weißt du das schon was ist das so soll ich was sehr gut es war nur ganz kurz wofür ist das damit so wahrscheinlich soll ich mit den kisten so was die laser ablenken als ob eine kiste wird doch genauso checken dass da eine kiste ist oder ein fass das jetzt ein link ist oder ein fass ist doch den egal wo ist hier die truhe vor allem ich schätze mal man soll irgendwie da hin und dann kann ich hier rein segeln wenn es offen ist ich muss ja trotzdem hier eine truhe finden ja genau genau als ob das wehtut ein mindball mit ditto gesicht das erkennt man glaube ich nicht das wäre aber lustig aber das erkennt man nicht als ob ihr da so drei punkte dann erkennen würdet hallo mc boss lee ich verstehe nicht wo die truhe sein soll hallo mc boss lee dankeschön für 22 monate prime ok dann warum sollen denn sonst diese dinge hier da sein sehr gut auf einmal auf einmal so ein ding was schwer ist als wenn jetzt der ist als ob der jetzt nicht ja natürlich geht er los hä wofür sind die fässer da ok was ich weiß ich weiß ich weiß so nein es geht ach doch es passt da gerade so rein und sonst war am wochenende nix los habt ihr nix erlebt keine shinies gefunden wo sollen die da sein gehen wir kaputt da kann keine truhe drin sein würde denn der alarm direkt weiter gehen wenn die da drin stehen bleiben ja die gehen einfach wieder los dann aber 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 wo ist eine truhe vielleicht steht die truhe einfach am ende ok dann kann ich doch jetzt einfach die dinge wieder rausnehmen auf der anderen seite muss ich auch rausnehmen dann warte ich einfach und dann gehe ich halt dahin also jetzt ist er doch vorbei aber die Tür ist zu ich dachte ich mache das damit die Tür offen bleibt gut das war ich nicht das war ich nicht das war ich hä ok vielleicht was ist da was ist das grüne da was ist das grüne da ich glaube das ist eine Waffe oder vielleicht ist da was drin ach so das ist dieses Feuerding ok hier kann ich kämpfen Zeug du spielst Blattgrün jetzt weiter damit ich die letzten Deoxysform bekomme viel Erfolg es ist Karneval oh stimmt nicht rausgehen ein Mindball in hellblau so auf shiny detour angelegt also einfach der gleiche Ball nur hellblau dann sieht er aus wie ein Tauchball hier es geht gerade kein Alarm und die Tür ist trotzdem zu das heißt ich muss einfach alle umbringen ok cool 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 dann bringen wir halt alle um aber kann ich die oh ja und wer großes Unfall großes Unfall wie er ausholt ist ok ist ok ist ok easy ich wollte es wieder viel zu kompliziert machen ok oh Gott kann ich einfach dieses Feuerding jetzt mit meinem Pfeil killen nein oh shit ok nein hallo Pascal äh hallo Happens hallo Sakura hast du gestern Abend nochmal gestreamt ja ja wie heute ist jetzt seine Streak kaputt ah dieses Streak das wird schon echt gemein dass sie das eingeführt haben ne hallo Anne dabei war es doch jetzt so einfach aber es muss hier trotzdem noch eine Truhe geben ok da drin ist die Truhe oh man schiebungen er liebt uns doch er hält es nicht ohne uns aus die Hassliebe ne die berühmte Hassliebe oder Münchhausen Syndrom wo man sich in seinen Kidnapper verliebt ne das war Stockholm Syndrom ich habe einfach das Stockholm Syndrom ich mag die Leute die mich hier gefangen halten du warst bei 37 und du hast nicht gemerkt dass ich gestern Nacht online war es tut mir leid wie würdest du merken dass ich online komme weil ich ich kündige das ja nirgendwo an die Leute die es halt wissen wollen die haben halt keine Ahnung Discord oder oder auf Twitch das einfach aktiviert die Glocke ey warum habe ich keine Waffe ach die Waffen behalte ich nicht die ich da gerade gekriegt habe na gut kommt der hier runter ich muss Exalfostsachen farmen hat mir jemand mal gesagt wenn man so krass viel braucht am Ende ich habe es nicht mitbekommen weil Haspin Hotel geschaut habe Haspin Hotel ach das ist dieses eine diese Kinder Serie nein schwar das sieht sehr cool aus das ist dieses sehr lust lust ziv lust ziv lust ziv lust ziv gezeichnete Show ach doch auf runter zu fallen und bitte und bitte und guck guck ja fallt alle fallt alle runter ok jetzt gehen wir wieder questen nur ein Schwanz von drei Stück hat nur einer einen Schwanz fallen lassen können die auch Herzen fallen lassen ich glaube die haben kein Herz warte mal ich glaube hier im Norden gab es die Quest dass ich ein äh äh Skelett Pferd finden muss Knochenpferd ok ist nicht ansatzweise hier ne der hat das nur gesagt was sagt er denn angeblich soll es jede Nacht im nördlich von hier gelegenen Saniden Park auftauchen Pferdestatue im Saniden Park in der Nacht Saniden Park nördlich von hier Saniden Park wie zum Teufel soll ich wissen wo der Saniden Park ist nördlich von hier wäre ja hier aber das sieht nicht nach einem Park aus nördlich von hier im Saniden Park Todbringerschlucht das ist doch viel zu weit nördlich der Gustav der Gustav Berg Saniden Park wo ist denn ich frage ihn nochmal Alistar ist einfach Liebe Twitch Benachrichtigung ja die ist ja sogar ein bisschen buggy manchmal macht die einfach nix haben manchmal Leute gesagt Saniden Park wo ist ein Saniden Park hier haben wir gestern einen geilen Griok besiegt oh Gott habe ich gestern vier Grioks habe ich gestern besiegt so wo ist Mr. Saniden Park ein Knochenpferd ich interessiere nicht Knochenpferde stimmt so wo du mich erneut ansprichst dieses Geschöfe sollen jede Nacht im Saniden Park spuken den man erreicht wenn man der Straße nach Norden folgt ok es sieht so aus als ob es grad dunkel wird dann gehe ich jetzt einfach nach Norden ich könnte hier mal mein Pferd mitnehmen ich hasse Reiten wir laufen zu Fuß wir können auch dieses Auto nehmen ok wir nehmen schnell das Auto sehr gut ich könnte hier das Auto zuerst richtig hinstellen aber nein ok das wird super gut das wird super gut das wird super gut perfekt los das ist wie im Freizeitpark wir waren eigentlich THTK MM schon durch MM Speicherstand verloren gegangen MM alles weg MM frustet MM ich nicht spielen Hallo Shika wo ist hier ein Park sieht alles nicht sehr parkig aus oder Daniel oder Daniel soll ich weiter hier lang Nickel Ebene Satori Berg aber meinen die schon das hier das könnte auch ist aber nicht so flach wie sollen denn da Pferde chillen na wobei vielleicht erscheint ja der Begriff Sartoni Park wenn ich da hingehe ist es ist auf jeden Fall dunkel das heißt es könnten Pferde erscheinen Moment was soll ich eigentlich mit dem dann machen soll ich sie reiten? wahrscheinlich soll ich sie reiten kann ich die reiten? oder soll ich nur ein Bild machen nee das kann nicht sein das ist alles falsch hier alle weg oh mein Gott ist alle noch da? oh das ist noch welche oh das ist ein Ding oh das hätte ich gar nicht realisiert ist der ein Stein warte 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 oder oh das Easy. Ja, ich habe keine Ahnung, warum der Speicher schon weg ist. Das macht keinen Sinn. Aber ja. Dann hatte ich keine Lust mehr, wieder von vorn anzufangen. Stattdessen habe ich dann Ocarina of Time durchgespielt und habe fast 100%. Vielleicht habe ich irgendwann wieder Lust. Majora's Mars, von vorn anzufangen. So, geiles Herz machen wir an diesen krassen Knüppel, würde ich sagen. Ho, ho, ho. 20. Was ist das denn? Nix ist das. Wahrscheinlich muss ich einfach dem Weg noch weiter nach Norden folgen. Ich hätte doch mein Pferd mitnehmen sollen. Das heißt, hier Vielleicht das da. Ich hole mal mein Pferd. Und irgendwo, achso, Pferdestatue muss irgendwo sein. An meinem Geburtstag spätestens. Hm. Ich habe heute Splice geschaut und bin verstört. Was ist Splice? Was ist Splice? Das klingt geil. Aber was ist eigentlich das hier? Ach ja, Fee. Ich habe doch tatsächlich Brie. Unterwegs. Komm her. Ein Film mit Adrian Brody, falls du den kennst. Klar kennt man Adrian Brody. Splice. Und was war von dem verstört? War der krass? Der Brutal. Ja. 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 er war eigentlich recht gut bis zum ende wurde es zum ende wurde es weird ich habe zwölf ich meine altes markt gefunden aber die interne batterie ist leer macht das was um den glitsch zu machen oder funktioniert das dann nicht weil die edition dann jemand schicken wegen bank weil ich selber habe keine bank natürlich geht es pomme glitch ja für den pomme glitch brauchst du keine batterie ich glaube ich habe im video auch gesagt liebe zelda sounds ich denke mal die haben da eine quest für mich aber die wollen nur blöd hallo sagen wir suchen nach einer pferdestatue wird das jetzt weiter nach norden schätze ich mal wenn er sagt nördlich von hier dann gehe ich doch immer weiter nach norden gruselig das hier sieht doch nach so einer schönen ebene aus für pferde das ist besser per favore si si muy bien am donnerstag bin ich schon in barcelona und dann bin ich da wir jetzt den gaudi park anschauen und lasse grasa familia das ist doch meine pferdestatue und da ist ein pferd so was muss ich hier mit dem pferd machen ist einfach nur sehen ok ich weiß nicht ob ich auf dem reiten kann geht bild auch ich sollte einfach auch ein bild machen da ist kein ausrufe zeichen also muss ich reiten so mal schauen ob das bei denen auch geht ok bitte sei nicht tot ok das ging schnell hä ich musste nicht mal was drücken aber verschwinden die wieder nacht oder wie das kann halt sein dass es sobald es jetzt tag wird verschwindet einfach mein pferd das ist cool ging das gab es überhaupt skelettpferde in breath of the wild ich glaube nicht also erst keine et streams und jetzt auch noch keine leo streams nur donnerstag und freitag nicht dafür bin ich hä dafür war ich gestern da und heute unverschämt man gibt die hand und sie nehmen den ganzen die ganzen haare vom kopf doch gab's konnte man auch auf den reiten wahrscheinlich warum habe ich das nie gemacht aber die klingen richtig geil creepy pferde um fünf ist es weg ok wir haben noch genug zeit ooooi war jetzt ist meine brie wieder weg kann die mir folgen ne ich kann nicht pfeifen auf dem pferd oh mein gott da mache ich keine haare mehr oh mein gott wie lange ist sonntag so google mal oh dein komisches pferd hat nur knochen ok da gab es eine quest wo man ein foto machen musste leider kann man die pferde nicht behalten oh stimmt da gab es eine quest in breath of the wild mit einem pferd und das war glaube ich deswegen das hatte ich verwechselt und das war glaube ich im schneegebiet ok was jetzt die bitte des stall ach so die jedoch kein pferd sein darf er sagt dass er sich in jungen jahren oft in den wald gewagt hat um dort bären oder rotwild zu zähmen ach jetzt möchte der was sehen was kein pferd ist ok warte warum bleibe ich da nicht drauf ein bär ok aber kann man ich glaube ich glaube es ist alles möglich solange es ein bildschwein ist wahrscheinlich zu klein aber so gut wie alles geht glaube ich war hier nicht gerade noch so ein kleiner kleiner fratz ich glaube das ist nämlich sein freund dann kann ich den auch dahin tragen war der nicht hier da hallo prani so stimmt der da oder ganz so anders was dann mit dem da oben da breite ich nicht hin was passiert wenn ich während dem reiten verschwindet es dann während dem reiten frohes mond neuer geht es heute los morgen erst oder ist es nicht immer sonntags da ist eins oh mein gott direkt eins gesehen hoffentlich überlebt es das oh wie schnell bist du denn okay jetzt überlebt es nicht oh god das wird schwierig oder ich finde ein bär ich glaube ein bär hält es aus da sind nochmal welche ey da hinten sind noch mehr lass mich in Ruhe da scheue ich mir ja nicht die Rehe da hat sich glaube ich gerade mein Pferd aufgelöst sind sie weg ah sie sind weg was ist wenn ich einen schwächeren Pfeil nehme sind ganz weg ich glaube überall wo bäume sind können die kommen was wenn ich denn einfach den Esel da nehme komm ich mach mal kurz ein Schild typisch Zelda ich will eine Sache machen und mach erstmal 5 andere in der Zeit was hat denn der hier für ein Ding okay naja ja das Drachen ich weiß das hat mir schon ganz oft das Thema aber wisst ihr was ihr für ein ähhh was ihr für ein Sternzeichen habt ich hab nämlich das coolste von allem wie soll das denn wie soll das denn ähm äh hey ich sell it das zählt ja das Wasserbüffel das gute Wasserbüffel komm geht rein nein okay ist mir da hinten nein die müssen sich auch denken was für ne Magie hier wieder rein okay es ist sicher stabiler wenn ich das jetzt noch hier oben drauf tu du bist Ratte ihr habt ja alle richtig coole Sternzeichen tut mir leid mich kann keiner übertreffen ich bin nämlich Drache mein Sternzeichen ist Drache ich bin so cool das sollte doch ich könnte noch einsam okay das passt schon bitte bitte Tiger da hat sich ja nix bewegt naja doch ein bisschen ich bin bestimmt ne Fliege oder ne Mücke mhm ich bin einfach Drache du bist dein Affe bei dir ist es der Gockel ich find Tiger ist noch cool aber Drache komm da kommt nix gegen an ich existier einfach nicht hallo OnlyFabs so jetzt back to kann ich auf dir reiten kleiner Fuchs kann ich auf dir reiten nein wo war der nächste kleine Wald da dann nochmal ein Schild ne was haben Palmen Hochhäuser Zugbrücken und Äpfel gemeinsam können alles Drachen sein ist also nichts besonderes hey 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 du hast noch nicht gesagt was du bist jetzt nicht vergessen ein Bild zu machen nein Fridolin ich hasse dich Fridolin das hast du letztes Mal schon gemacht ich muss doch einen blauen Schleim fotografieren vielleicht hat ja auch der Glubber gezählt wahrscheinlich nicht warum hast du eigentlich eine Waffe die aussieht wie ein Gemächt mit zwei Eiern hallo die Eier sind ein Herz eines riesigen Ivaroks das dafür gestorben ist und jetzt kann ich mit seinem Herz um mich schlagen hey Phoenix kann ich auf dem reiten nee oder auf den kann ich nicht reiten überleben das auch alle nicht dann überlebt es auch niemals ein ein Ding ein Bär wird es überleben als ob ich jetzt einen Bär finde vielleicht keine Ahnung was ich habe kannst du ganz einfach gucken Fridolin ich deaktiviere dich ich lösche dich aus was hast du jetzt davon oh das ist das ist hallo Kunstwerk du hast dein Herz gestohlen ja was hast du denn einfach ein Schlong auf dem Rücken was ist mit euch ihr habt ihr habt alle nur das eine im Kopf sein Herz wie er immer dann sich verschnaufen muss ausschnaufen muss erst was verschnaufen schaut euch mein Herz an wie stark wie stark ist es von dem kriegt man ja nichts ich brauche doch nur ein riesiges Reittier was kein Pferd ist so viele Wälder du bist ein Hahn du bist ein Hahn ein Gockel aber ich bin ein Drache was willst du was willst du jetzt seht ihr nicht die coole Aktion die ich hier mache fuck daneben ok ihr habt die Explosion noch gesehen wie nix Erddrache oh stimmt man hat immer noch so ein Element dran ja ich bin Erddrache jetzt haben wir mal nachgeguckt hallo Jesse-chan ich will einen Bären staubtrocken hier Krok verstecken sich die Bären wenn es regnet ich frage mich ob Gegner einen schwerer sehen wenn es regnet das wäre eigentlich typisch für das Spiel Jungglut seine Körperform ist auch ein Herz sehr gut beobachtet korrekt Manni kann ich unendlich lang auf einem Reh reiten weil ich muss jetzt saulang zurück wenn ich eins finde ich finde hier eh keins gehen wieder zurück deshalb ist Wasserwürfel halt schon 10 out of 10 da ich Wasser bändigen kann kann ich auch einfach Blut bändigen na 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 shiny Wynn genau ist auch nichts was im Nachttisch liegt ihr seid heute ihr seid was ist heute ich war heute so unschuldig und ihr seht schon wieder überall Fallus Fallen Fallus Fallen Fallis Falluten was ist wenn ich hier eins finde aber das ist doch dann da oben drauf da kann ich hier nie runter stimmt weil das ist das Plateau ach Gott aber im Dalit Wald würde ich sicher was finden du bist ein Hund hey Hund frag mal die Katze die hat kein Sternzeichen im chinesischen deswegen gibt es ja den wunderschönen Anime Fruits Basket wo es darum geht dass die Katze verstoßen wird und gemobbt wird von den anderen Sternzeichen oder ist Katze ein Sternzeichen aber es ist das schlechteste ne ich glaube es ist kein Sternzeichen der ist wunderschön ja der Fruchtekorb ist ist schön mein Sternzeichen mein Sternzeichen ist Pferd wenn du schwimmen gehst bist du ein Seepferdchen äh es gibt Seepferdchen als Sternzeichen selber schon glaube ich es gibt Pferd und Seepferdchen glaube ich als Sternzeichen oder ist was da ist was da das ist nein geh weg geh weg pscht pscht ich geh gerade jagen pscht geh weg pscht ach sie sind auch da aber wie kriege ich die ohne Eis zu verwenden ja wie haben sie nicht gesehen haben mich nicht gesehen wie sollen mich denn drei nicht sehen Hallo Bisa Lina ich komm da nicht ran soll ich nochmal probieren mit Eispfeil die sind safe tot ich mein der der Große merkt nix dreh dich um genau und dann wird es zum Nielpferd ich dachte nicht dass sie angreifen können stopp kann ich überhaupt auf den weiblichen reiten stopp halten sie an wieso bin ich schneller als ein Reh wieso bin ich schneller als ein Reh nein ein magisches Reh ich glaube ich kann auch nur auf den großen reiten können diese kleinen nervigen Bokoblins auf deutsch Bockblins dümmste Übersetzung nicht meine Jagd unterbrechen so wo sind sie hin die sind ja eh schon despawned jetzt verdammt nein sie noch da oder das ist das ist aber auf den kann ich nicht reiten oder die sind zu klein ach vielleicht schon es sieht so aus als würde ich draufpassen oh nein jetzt sind die Rehe weg der der merkt es nie hallo hört doch mal auf immer zu rennen ich habe das schon in Breath of the Wild musste man das einmal machen und ich habe schon gehasst wie reitet man auf einem Reh ich glaube da hatte ich das so gemacht oh Gott da ist wieder eins gespawnt ich glaube ich hatte es so gemacht dass ich immer da geguckt habe wo ich irgendwo hochklettern konnte und bin ich auf einem runter auf eins runter gesegelt aber ich setze mich doch jetzt nicht eine Stunde in den Baum und bin ich Was bist du? Ein Wildschwein. Ich weiß es doch nicht. Ein Bär war am einfachsten, glaube ich, weil der Bär greift sich die ganze Zeit an. Aber ich glaube, dann kann man nicht auf ihn drauf, wenn sie ihn angreifen. Man muss sie überraschen. Aber wie soll ich denn ein Reh überraschen? Kannst du Fruit Baskets empfehlen? Ich kenne ihn nicht. Fruit Baskets ist uralt, aber es gab eine neue Aufsetzung. Da ist ein fucking Bär. Ah, da ist ein Bär. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Lass mich drauf. Warte. Du hältst es doch aus. Wenn du das nicht aushältst... Der fällt einfach im Baum. Bitte sei am Leben. Okterok? Wo? Wo? Wo bist du? Wo bist du? Okterok? Was bist du? Wenn jetzt wegen dir der Bär fast tot ist... Okterok? Wenn ich nah dran bin, kommt kein Okterok raus. Bitte sei nicht tot! Ewig? Hallo? Wo? Pferd? Äh... Pferdebär? Jetzt kommen die... Was hab ich für ein... Was ist hier los? Warum... Warum... Warum taut der nicht aus? Ah! Oh! Was geschieht hier? Was... Oh, geiler. Geile Pose. Warum ist denn... Warum taut es so lang bei dem? Okay. Okay. Ich glaube es ist sehr gut, ja. Ich glaube dir gefällt sowas. Es geht darum, dass die chinesischen Sternzeichen tatsächlich existieren als Menschen und ein Mädchen... der Hauptcharakter des Mädchen findet es raus. Das ist dann so die einzige Person auf der Welt, die weiß, dass die Sternzeichen tatsächlich existieren und dann passieren halt super viele lustige Sachen. Das ist Comedy, Romanzen, Anime. Yeah. Ähm... Schwierig zu steuern, der Kleine. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ist der langsam. Ich... Muss jetzt einen weiten Weg. Cool, man hat noch nicht mal irgendwie... Man kann den nun endlich lang treiben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gott, der geräuscht mir Null, das bleibt doch so. Ich bin neidisch auf die Leute, die auf das Nier-Konzert gehen können. Welche Leute können auf das Nier-Konzert gehen? Oh Gott. Der Fruits Basket ist einer der bekanntesten Animes. Super süß, romantisch, aber vor allem lustig. Ich habe damals das Original gesehen und dann, ich glaube, die erste Staffel mit Rose angeschaut. Also die neue Verfilmung davon. Ich kann mich erinnern, es gab eine Szene in der alten Version, wo ich mich totgelacht habe. Und als ich dann die neue Version geguckt habe, war die nicht dabei. Das fand ich ein bisschen traurig. Das war die lustigste Stelle ever. Bitte geh jetzt nicht auf einmal ins Wasser. Sehr gut. Nichts. Nebelspalter zum Beispiel. Aber was müssen Leute machen, dass man da hin kann? Tust du, als ob das in Japan ist oder dass die Tickets nur an berühmte Nebelspalter ausgegeben werden. Was muss ich tun, um auf ein Nier-Konzert zu gehen? Man kann Bären reiten. Du kannst alles reiten im Spiel, was groß genug ist. Du kannst es nur nicht registrieren. Und das gehorcht dir nicht. Also nicht ich reite hier so komisch, sondern der rennt einfach wo er will. Ich bin da, ich bin da. Bitte will jetzt nicht noch mehr. Ey. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, kurz vor Schluss. Oh Gott sei Dank. Wie, wo, was? Ein Honigbär. Was willst du jetzt? Das war's jetzt. Gute Nacht, Sakura. Tickets waren schnell weg. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, ich weiß trotzdem immer noch nicht, wo das Nier-Konzert ist. Wo muss man leben, um das Nier-Konzert anzuschauen? Next. Ähm. Entfessle dort das Wasser. Also Sidolin. Ist das jemand, der mir das erzählt? Ja. In der Mitte zwischen den drei Geheimquellen. Minfla, Eifogal. Wo sind diese Quellen? Ich sollte mit der Person einfach nochmal reden. Wer oder was ist Nier? Raus. Mariko raus. Du weißt, wo die Tür ist. Alt F hier. Okay, bevor du sowas sagst, informierst dich bitte. Ist ja unglaublich. Nier. Was ist Nier? Was ist Pokémon? Was ist Zelda. Dafür sollst du zehn Minuten bekommen, sagt Happens, der zehn Minuten in meinem Stream Nier angeguckt hat. Nein, Schman, du hast den ganzen Stream angeguckt. Ähm. Oder vielleicht, oder hast du Automata mal gespielt? Hä, was ist denn los mit euch? Ja, weil du kennst Videospielgeschichte nicht. Wir haben hier null Toleranz, das weißt du doch. Du bist doch immer dabei, wenn es Leute trifft und jetzt trifft es dich. Null Toleranz. Na hör mal, ich hab selbst gespielt. Also Automata. Nicht Replikant, oder? Mariko Nier ist eine der erfolgreichsten, bekanntesten JRPGs. Von einem sehr talentierten Spielemacher gemacht, dessen Gesicht man zum Beispiel nicht kennt. Und bekannt ist die Spielereihe durch die, weil es sehr kryptisch ist, ein extrem geiler Soundtrack. Aber wenn du JRPGs nicht magst, dann brauchst du das gar nicht auschecken. Weil das ist ähm naja. Ich kann ja nicht alles kennen. Du musst nicht alles kennen, du musst nur die Sachen kennen, die jeder kennt. Kennt ihr Dragon Ball? Das fand ich gut. Hat das jetzt der gesagt? In der Mitte zwischen den drei Geheimquellen Schutas Geheimquelle nordwestlich des Dorfes liegt. Schutas Geheimquelle westlich des Dorfes. Ist die Unterwase oder ist sie Unterberg oder ist das ne Quelle? Das ist keine Quelle. Westlich des Dorfes. Erzähl's mir nochmal. Ich bin drüber. Erzähl's mir nochmal. Nordwestlich. Ist das die da? Ne, das ist nicht die. Ist die da? Ist ne Quelle nicht ist aber nicht die da, oder? Nordwestlich. Nordwestlich. Ich meine, vielleicht ist es die da. Ich meine, hier ist ne Quelle. Aber drei Quellen? In der Mitte von drei Quellen? Naja, ich, ich flieg da mal. Hallo, Ken Sonic. Tobi's Waifu. Ja, Tobi hat bestimmt jeder schon mal einmal gesehen. Aber vielleicht weiß man nicht, woher sie ist. Wem gehört dieses dumme, geile Pepe? Nilo? Wenn man alle vier Formen von Deoxys haben will, muss man dann viermal das Spiel durchspielen, oder kann man das mehrmals fangen? Habe ich auch in meinem Video gesagt. Ich will doch nur, dass ihr meine Videos anschaut. Also schau dir nochmal 40 Minuten an, und dann weißt du's. Natürlich musst du die viermal durchspielen. Wie sollst du die, wie sollst du denn sonst Deoxys kriegen? Also wenn du cheaten willst, dann musst du gar nichts durchspielen. Aber wenn du nicht cheaten willst, dann musst du's natürlich viermal durchspielen. Du müsstest auch viermal rot, blau und gelb durchspielen, um Mute zu kriegen. kurz zwischenlanden. Vielleicht linnt dazwischen. Da fliegt ein dreiköpfiger Drache diesmal. Nee, den machen wir nicht. Aber ich besiege den kurz. zuvor bezwungen. Egal. Uff. Geht das mit dem Klon nicht bei Deoxys? Natürlich, aber das Cheaten. Ist auch gesagt, mit Cheaten geht alles. Truhe. Nee. Ich war hier schon mal. Ah, da, da, da. Wo ist eine Quelle? Ja. Komm, gib mir einen Namen. Kommt jetzt hier ein Name? Shooters Geheimquelle. Okay, also es war tatsächlich die Quelle. Und jetzt soll es drei geben. Und in der Mitte muss ich die Wasserattacke machen. Aber wo sind denn hier drei? Ich meine, das hier könnte eine sein. Wahrscheinlich. Und... Ah, hier ist ja auch noch. Da steht es ja sogar dabei. Okay, also die da. Und dann wird die Mitte ungefähr da oder da sein. Wahrscheinlich eher hier. Gibt es hier noch irgendwas cooles? Außer, dass ich mich heilen kann im Wasser, glaube ich. Oh, Schildmeister. Sehe gerade im TV einen Beitrag zum Jahr des Drachen. Heute in China ist echt hübsch, was die da so machen. Hm. Müsst ihr mal hin. Ich habe hier kein Holz. Ah doch, einiges. China war eins der coolsten Urlaube, die ich hier gemacht habe. Aber China ist riesig. Da hat man alles. Du wisst wahrscheinlich, man hat kein Leben. Ein Leben reicht nicht aus, um alles in China zu sehen. Aber was mich eher verwundert ist, dass du Fernsehen schaust. Was guckst du im Fernsehen, Phoenix? Auf welchem Sender läuft was Gutes? Bleib da. Edelbild. Auf Phoenix. Den gibt es noch, den Kanal. Der wirkte immer wie ein... Wobei, ja, es war einfach ein Nachrichtensender. Gib mir Stuff. Eine Donnerblume? Ich will mehr. Da, 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 da. Ich will mehr. Wo, äh, wollte ich hin? Da ist eine Höhle. Renn ruhig in mich rein. Da ist eine Höhle irgendwo. Wenn wir eine Höhle sehen, müssen wir da rein. Moment mal, aber leuchtet die jetzt nicht? Das heißt, mein Leuchten ist wieder vorbei. Das coole Leuchtgimmick ist wieder weg. Wo ist die? Ich seh' dich. Ich seh' dich. Aber hier sieht's auch sehr mysteriös aus. Hier muss es doch auch was geben. Aber die Höhle ist nicht hier. Da hinten ist was. Da oben ist was. Ah je. Das ist alles super einfach, wenn man einfach fliegen kann. Ah ne. Wir gehen jetzt zu der Quelle. Den Nick benutze ich schon, seit ich Kind war. Da gab's nur sechs TV-Programme. Achso, heißt du deswegen so. Genau, Felix ist die einzige Person auf der Welt, die Phoenix heißt, wegen dem Nachrichtensender. Nicht wegen dem Vogel. Ich gucke das. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber es ist eigentlich eine interessante Frage, ob irgendwann, eigentlich sollte mal irgendwann ein neues Nier kommen. Ich meine, Replicant war ein Remake, Nier Automata ist schon uralt, das ist ein PS3 Spiel, so ein neues Nier. Und ich glaube, Nier Replicant ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, könnte man schon machen. Ging das hier auch, dass man Schneebellen formt und dann zu riesigen Kugeln macht? Ich glaube, das ging hier. Ist dieser riesige Steinklotz das Rätsel vielleicht? Ne, ich soll ja eine Wasserattacke machen. Vielleicht da oben? Aber da ist der fette Drache. Ah, das sieht so aus, als ob das die Mitte wäre. Hat Xbox ein Exclusive angekündigt? Naja, es gibt nicht wirklich mehr Xbox Exclusives. Also zumindest haben sie gesagt, dass sie keine mehr machen wollen, weil sie wissen, dass es schlecht für ihr Geschäft wäre, weil Microsoft Spiele so kacke geworden sind. Ne, aber ich habe nichts von einem Exclusive gehört und wenn, dann ist Nier eigentlich Playstation eher, so Sony. Ich glaube, die haben eine gute Beziehung zu Sony, wenn dann. Ähm. So. Ne, warte mal. So. Ne, warte mal. Schubdiwupp. Ne, was? Achso, ne, so. Aha. Checkpoint. Hallo, Sali. Ja. Ja. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Da muss doch bestimmt irgendeine Plattform sein oder irgendwas. Hier steht. Schulter, Minfla und Eifogal. In der Mitte zwischen den drei Geheimquellen schlummert ein Schatz in den Bergen. Entfessle dort das Wasser, damit der Schatz erwacht. Es kann auch sein, dass da irgendwie ein Damm ist, den ich brechen muss. Dann füllt sich ein See oder so. Aber das fühlt sich sehr hier nach der Mitte an. Ich meine, wenn man das hier nimmt, das hier nimmt. Dann ist es vielleicht noch eher hier. Aber eigentlich da. Aber eher hier. Vielleicht war es dieser fette Eisbrocken. Entfessle das Wasser. Entfessle das Wasser. Ich dachte, entfessle das Wasser, dass unser Sidulin seine Wasserattacke macht. Aber vielleicht ist es das. Vielleicht ist dahinter eine Quelle und dann ströbelt es nur so heraus. Das dauert ein bisschen lang, glaube ich. Oh je, meine. Ähm... Kann ich nicht einfach irgendwie es so machen, dass ich das hier nehme und dann das hier und das und mich daneben stellen? Oder geht die dann irgendwann automatisch kaputt? Warum geht es mit dem Feuer nicht? Was? Nur wenn ich das treffe? Ja. Okay, da kann ich auch eins draufschmeißen. Hatte ich nicht vorhin so einen Stab aufgesammelt? Ja, ich hatte doch vorhin... Ah, Topaz starb. Ah, das Elektro. Na gut, dann schmeißen wir. Alter. Wann will der das nicht machen? Ja. Wir sehen, ob wir richtig stehen, wenn jetzt die Quelle angeht. Wir enden jetzt noch mehr Eis. Wir sind richtig. Ja, da kommt jetzt gleich Wasser raus wahrscheinlich. Jetzt kann ich gar nicht mehr meinen geilen Penisstab nehmen, weil ihr euch drüber lustig macht. Ach, dumm, dumm, dumm. Geil. Okay. Hölle. Ist das warm? Das ist warm. Aber... Gibt es hier noch mehr? Weil... Da hieß nur, ich soll sie finden. Ich habe sie gefunden. Sag nicht, das ist die Belohnung. In einer mickrigen Holztruhe. Diamanten findest du seltener in Tears of the Kingdom? Ja, zu Recht, weil Diamanten sind das beste... äh... Ding, was du nehmen kannst, um Waffen zu verstärken. Wenn du eine Waffe mit einem Diamanten fusionierst, dauert es ewig, bis sie kaputt geht und sie ist unfassbar stark. Es gibt stärkere Sachen, aber die halten nicht so lange aus. Diamant ist eines der besten Sachen, die du nehmen kannst. Und da ist noch was. Ah... Moment, aber ich muss noch... Ich muss noch meinen... einen Frosch abholen. Das war jetzt... vielleicht blödes Timing. Ah ne, das schwimmt. Okay, geil. Da haben wir alles gedacht. Aber das füllt sich jetzt wahrscheinlich eh nicht, oder? Ist aber cool, wenn es sich füllt. Wahrscheinlich muss ich mehr aufmachen. Ja, hier. Ich habe noch nicht mehr so viele Pfeile, das ist mein Problem. Cool. Drei. Und jetzt schießt es nur so raus. Das war's. Cool. Die Rätsel sind schon geil gemacht, ey. Ich finde hier die Rätsel noch viel krasser als in... Breath of the Wild. Es sind mehr. Sie sind größer. Sie sind schwerer. Und sehr, sehr so mystisch. Geld. Medo-Helm. Okay. Achso, es gibt... Ah, ja. Es gibt ja, glaube ich, vier von diesen oder fünf von diesen. Und dann gibt es jedes Mal den Helm dafür. Das Erbe der Orni. Hier Geropolis. Vielleicht ist es das. Ja. Alle Helme finden. Cool. Nachdem er Thulin seinen geliebten Adlerbogen vermachte, will sich Thebar nun einen neuen anfertigen. Falls du die nötigen Materiellen auftreiben kannst, soll auch Tier 6 ein paar für dich abfallen. Dazu benötigt Thebar von dir einen Schwalbenbogen. Fünf Holzbündel und drei Diamanten. Ich habe Holzbündel und ich habe drei Diamanten, glaube ich. Holzbündel. Drei Diamanten. Was für ein Bogen? Schwalbenbogen. Den haben wir nicht. Wo finden wir Schwalbenbogen? Schwalbenbogen. Wahrscheinlich, vielleicht liegt einfach einer in der Stadt rum. Ich wollte einkaufen, wie ein braver, braver Mensch. Ich wollte da was essen in der Mall, aber es war alles so proppenvoll. Habe ich eingekauft, hungrig. Und dann habe ich mir danach ein Boba, ein Bubble Tea gegönnt. Und dann hat er mich komischerweise satt gemacht. Und ich habe erst um fünf was gegessen. Und dann habe ich angefangen, das Skript zu schreiben für Gen 4. Ich habe das Intro geschafft zu schreiben. Also fünf Zeilen. Bin sehr stolz auf mich. Dann habe ich eine Patreon-Folge aufgenommen und hochgeladen. Hier, verkauft ihr nicht auch Bogen? Seid ihr nicht so Schwalben? Sollte das nicht Orni-Bogen heißen? Gibt es hier überhaupt Schwalben? Wahrscheinlich gibt es hier auch Schwalben. Aber hier gibt es auch Waffen. Ja, es gibt viel weniger Leerraum. Viel mehr Gegner. Viel mehr. Allein die Höhlen sorgen dafür, dass du wenig Leerraum hast. Ich erfinde neue Pfeile. Gib mir Pfeile. Mehr. Schwalbenbogen. Ich freue mich auf das Gen 4 Video. Ich habe mittlerweile die anderen dazu bestimmt fünfmal geguckt. Geil. Dankeschön. Aber das dauert noch. Das dauert noch. Ich habe jetzt den Schmerz vom Gen 3 Video wieder vergessen. Wie schmerzhaft es war, das zu schneiden. Dass ich diesmal wieder... Ich habe noch mehr Sachen vor, die ich machen will. Ich will sogar extra 3D lernen für das Video. Ich will 3D Elemente einbauen, die das Video geil machen sollen. Aber dafür muss ich 3D lernen. Ob sich das lohnt. Ich habe sogar in der Uni 3D gelernt. Aber... Da erinnere ich mich an nichts mehr. Hier gibt es ja keinen. Hier gab es auch immer Leute, die so einen Schwalbenbogen haben. Okay, was ist mit dem Typen, der... Da ist... War da nicht ein Schwalbenbogen? Wenn du Spaß dran hast, dann hat es sich gelohnt. Ja. Was war da gerade am Himmel? Stürzt da was gerade vom Himmel? Ich probiere es. Äh... Und am Montag will ich... Dioxys... Shiny... Ähm... Ähm... Yes. Warum vergesse ich... Begriffe? Nicht Shiny hunting. Ich komme nicht auf den Begriff. Das ist doch ein Schwalbenbogen. Gib mir den. Kriege ich den? Aber ich kriege den glaube ich, wenn ich das hier unter einer Minute schaffe. Ich werde ein Shiny Dioxys mir... Suchen. Mir fällt gerade der Begriff nicht an, ich Trottel. Was? Hallo? Das wird nie was. Was? Hallo? Das wird nie was. What? Ja? Was? So viel noch? Ich habe alles verpasst. Oh mein Gott. So viel. Was muss ich schaffen? Alle wahrscheinlich. Oh Gott. Das ist viel. Glitschen? Nee. RNG manipulieren. Okay, wenigstens kriege ich wieder 20 wieder. Ich will den Bogen. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Egal, das ist was. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Alle kann nicht sein Ernst sein. Oh mein Gott. 30. Wahrscheinlich sind es 35. Gib mir. Gib's mir hart, dicke Eule. Ah. Du, Kacke. Wieder ein neuer Rekord, ey. Nur um eins mehr. Oh, das geht, das geht. Aber wenn ich dafür... Warte, ich muss noch mal den Bogen ansprechen. Ob das wirklich der Preis dafür ist. Ich werde reicher. Wie? War das jetzt... Moment. Ich hätte ihn einfach nur das zweite Mal aufsammeln müssen. Woosa. Woosa. Ich dachte, das ist die Belohnung. Dabei kann ich ja einfach nur Geld verdienen. Ich zahle 20, um 50 zu kriegen. Felsbrocken und Waffe. Bisher brauche ich gar nicht. Also bisher benutze ich gar nicht all diese Technologien. Ich finde es eigentlich ganz geil, so durch die Welt zu stapfen, ohne irgendwelche Firlefanz, moderne Technologien aus der Zukunft oder Vergangenheit genau genommen. So, woher muss ich hin? Wer will das eigentlich? War das wieder Tuli? Friedolin. Über mir. Diamant. Diamant. Ey, du musst mir jetzt den geilsten Bogen ever machen. Wenn du drei Diamanten willst... Sound-Design. Der Adlerbogen 28x3. Den spare ich mir auf. Für was Großes. Next. So, Gron. Ein junger Gron namens Spafel ist auf der Suche nach der legendären Stadt Goropolis, in der bereits vor Uhrzeiten Gronen gelegt haben sollen. Ich komme, Stafel. Straffel. Jetzt wird mir da wieder zu warm. Der gankt bei mir in Links Haus. Was? Der hängt bei mir in Links Haus. Soll ich den auch aufhängen? Der wirkt zu stark. Dreimal 28. Aber 28 ist gar nicht so krass. Aber doch, in dem Spiel ist 28, glaube ich, schon nicht schlecht. 28x3. 36. Aber er hat halt diese mal 3 und ich glaube... Er kann sauweit schießen. Moment. Bin ich nicht am Brennen? Ne? Okay. Bist du Strafel? Staffel? Hallo Lucy. Spafel. Spanferkel. Wir gucken nicht immer noch da hin. Abwart. Oh, soll ich meinen Freund holen? Wer dann schießen kann? Ich sollte mal auch mehr meine Teleporter benutzen. Ich habe zwei Stück. Gott, die Gronen sind so süß. Alle Babys, Kinder in diesem Spiel sind so süß. Außer vielleicht Gerudos. Die sehen aus wie Zoras, nur als Menschen. Ach, ich muss. Ich weiß nicht genau wie. Warte mal. Achso, ich soll. Hihihihi. Okay, ist hier irgendwo ein Fan? Ich will keinen von mir. Ah, er kriegt da. Wo ist mein Rundenfreund? Okay. Tars, dankeschön für deinen Prime, Tars. Bist du happy? Die Yanobu Zentrale. Ja, das kenne ich schon. Bye Lucy. Goropolis. Goropolis. Ist das nicht einfach... Ist das nicht einfach da, wo der Dungeon ist? Oder? Das ist doch Goropolis, oder? Nein? Wo ist hier überhaupt der Dungeon? Hier? Eldinmine. Das war, glaube ich, der Dungeon. Ja, ja, das war der Dungeon. Hier habe ich den Teleport-Medaillon hin? Nee, dann ist das nicht der Dungeon. Doch, das ist der Dungeon. Ja, hier ist der Dungeon. Genau. Goropolis. Die Vergessene Stadt Goropolis. Ja, eben. Das haben wir doch schon längst. Bludu hat dir von den Exhal-Seen erzählt und einen Kinderreim beigebracht. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder schützt den Schatz. Kleiner Bruder macht darauf Hatz. Die Exhal-Brüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Die Seen sind auf der Nordseite des Todesbergs ungefähr auf halber Höhe. Ja, die sehe ich. Die sehe ich jetzt schon. Großer Bruder schützt den Schatz. Kleiner Bruder macht darauf Hatz. Die Exhal-Brüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Großer Bruder schützt den Schatz. Und wer von den beiden ist der große Bruder? Wahrscheinlich der da. Der hat einen längeren Schwanz. Aber der ist weiter oben. Welcher ist jetzt größer davon? Ich würde sagen, der da. Ist ja gleich da. Das hast du dich auch erstmal gefragt. Wir gehen erstmal hin. Äh. Der beschützten Schatz. So, hast du schon 100% durch? Jede Quest, die ich mache, kennst du schon. Ich glaube, ich mache auch all die offensichtlichen. Jürgen ist der große Bruder, oder? Ja. Du bist ein großer Bruder. Du bist immer da. Prinzessinnen-Dingsbums. Ah ne, Sonnenfleckchen. Ich habe mir jetzt seinetwegen gestern den GB Operator geholt. Jedes Mal, wenn es jemand schreit, freue ich mich, schreibt, freue ich mich sehr und denke mir, warum habe ich dafür keinen Affiliate-Link? Das Ding haben sich bestimmt schon an die, keine Ahnung, 50 Leute gekauft. Naja, ist ein bisschen viel vielleicht. Wobei. Aber geil, viel Spaß. Das Ding ist cool. Sehr cool für Gameboy-Spiele. Kommt der noch ein bisschen weiter runter? Komme ich da hin? Ich glaube, alle Drachen muss ich von oben bekämpfen. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Drachen. Oh. Das ist jetzt praktisch. Vielleicht können wir den Drachen einmal treffen. Was war das nochmal? Das da. Oh, das ist ein Schrein. Wir fehlen noch acht Nebenquests. Das ist ja nichts. Du bist weiterhin im Spiel als ich. Das ist doch mal was Besonderes. Machen wir einen Zahn? Einen Horn machen wir. Sehr gut. Warte, was habe ich aber getroffen? Kann ich diesmal zufällig mehr treffen? Der schaut böse. Nein, kann ich nicht. Schuppe war das wahrscheinlich. Lande auch mal auf einem Drachen. Das lohnt sich. Also wenn du magst. Ich hätte jetzt gesagt, die tun mir weh. Weil auf den alten konnte ich nicht landen. Gehe ich da nicht drauf? Tut nicht weh, da drauf zu gehen. Jetzt bin ich schon weg. Das muss ich wieder deaktivieren. Der nervt mich jetzt schon. Okay, wir machen zuerst den Schrein. Und dann... Warum sind hier Rehe? Wir machen zuerst den Schrein. Und... Ich bin schon längst dran vorbei. Hä? Ach da, das bisschen Wasser da. Okay. Okay, zuerst den Schrein. Die Schreine, finde ich, sind alle krass versteckt. Ich bin so oft am Rumfliegen und ich sehe keinen von oben. Und dann findet man sie in so kleinen... Was heißt klein, aber... Immer ist irgendein Fels im Weg, um die zu sehen. Und auf einmal findet man welche. Hallo, wer ist sie? Ohlala. Interesting. Auf einem davon ist bestimmt eine Truhe. Ich wusste auch, die drehen sich unterschiedlich, oder? Oh Gott. Oh shit. Es geht, es wird gehen. Es wird nicht gehen. Es geht nicht. Warum ist das Ding so langsam? Komm her. Achso, ich dreh mich mit dem mit. Deswegen. Das ist die gleiche Geschwindigkeit. Ah. Okay, ich muss was anderes. Habe ich? Das da vielleicht? Das kann ich nicht machen. Verräter. Ist ja ein Brainfuck hier. Aber cool. Ähm. Wieder nix. Das war's schon. Aber irgendwo muss ja doch die Truhe sein. Irgendwo muss ja eine Truhe sein. Auf einen der kleinen. Ja. Das war dumm. Aber das bringt auch nix. Verdammt. Verdammt. Muss ich jetzt ernsthaft nochmal? Ah, hier. Okay. Rosa landet morgen schon um 12 Uhr in der Früh. Muss mir einen Wecker stellen. Einen Wecker stellen. Manchmal, wenn sie in der Früh landet, gehen wir danach zu McDonald's Breakfast. McDonald's Breakfast ist das Beste. Aber das ist morgen zu spät. Es gab doch mal so eine Aktion, aber ich glaube nur in Amerika, dass es von morgens bis abends immer McDonald's Breakfast gibt. Gott, McDonald's Breakfast ist so gut. Meckfest. Meck-Break. 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 Wie heißt das? 12 Uhr ist kein Morgens mehr? Doch. Wenn du sagst, treffen wir uns mittags, dann wird keiner denken, dass du 12 Uhr meinst. Das ist gerade so das erste Fetzelchen vom Mittag. Wo gerade so. Es ist nicht der Anfang vom Mittag, es ist das Ende vom Morgen. Und da kommt einiges an Rauch. Ist das vielleicht der große Bruder? Er ist immer da. Ich sag, die hier ist die größere Eidechse. Okay, hier. Sie beschützt den Schatz. Muss es da nicht in der drin sein? Oh Gott, ist die tief, die Eidechse. Das da ist der Kopf. Nein, Fridolin. Ich seh ihn schon wieder. Ich mach jetzt alle aus. Alle Nerven. Oh ja, das wäre doch viel zu einfach, wenn die das ist. Dann wäre doch die andere gar nicht nötig, die andere Eidechse. Aber wenn sie den Schatz beschützt, dann ist es das hier. Vielleicht. Nein. In Germany, we call that Vormittag. Ja. Um 12 Uhr ist gerade das Ende vom Vormittag. Vielleicht ist es einfach das hier. Simpel, einfach. Vielleicht findet man deswegen eine Donnerblume, damit man dann hier rein kann. Und das ist der Schatz, den sie beschützt. Entdeckt. Echsenbau. Das klingt gut. Ich kriege jetzt eine Echsenmütze. Ah, das ist Rudania. Ja, das war die Rudania-Quest. Okay, cool, 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 cool. Ich habe gerade gelesen, dass in Irland professionelle Katzenstreicher 2000 Euro Netto bekommen. Kannst du da das klären für mich? Warum sollte das nur... Ich darf nicht okay sagen. Ähm. Was hat das mit Irland zu tun? Das gibt es doch bestimmt überall. Ich wette, wenn du nach professioneller Katzenstreichler Deutschland googelst, gibt es auch welche. Auf Insta stand Irland. Echt, Temtem stürzt immer noch ab. Kacka. Ne. Warte mal, kann ich nicht die da... Ne, das ist diese fette Tafel-Ding. Ich könnte die ganzen Tafeln suchen. Sind die Tafeln nicht einfach alle auf diesen komischen Sternen hier? Also diese winzigen Dinge. Also... Äh... Zum Beispiel... Die sind echt klein. Nicht die... Zum Beispiel... Das da. All diese Blümchen. Hallo, Rani. Ramdas, Schatz. Vor einer Höhle bist du den Brüdern Domidak und Piss-Prissen begegnet, die einen ziemlich rastlosen, ratlosen Eindruck machen. Achso, das ist dieser Schatz. Sie erzählten dir, dass sie auf der Suche nach Ramdas Schatz seien. Die enorme Anzahl an Drohnen in der Höhle jedoch seinen findenden Schatz erschweren. Ja. Da muss man irgendwie den Hund benutzen. Aber ich check das nicht. Ich hab den Hund schon gefüttert. Das hat nix gebracht. Wir gucken. Also so ein professioneller Katzenstreichler, nur das ist... Ich weiß... Da darfst du halt nur nicht katzenallergisch sein. Und du darfst nicht der gröbste... Körperidiot sein. Du musst irgendwie wissen, wie man... seine Hände bewegt. Was ist ein professioneller Katzenstreicher? Wie sieht eine professionelle Katzenstreichelung aus? Schlackern dir da die Ohren, wenn du das siehst? Oder wenn du tatsächlich... der Empfänger der Streichelung bist? So, der Hund führt mich zu dem Schatz. Das war... der Witz, glaube ich. Warum habt ihr selber die Idee, aber macht es einfach nicht? Mit Essen einschmeicheln. Ja, das habe ich probiert. Aber dann probieren wir es noch mehr. Essen. Aber du willst doch einfach nur rohes Fleisch, oder? Ich gebe dir sogar Luxuswild. Guck mal. Sag mal, bist du dumm, oder sowas? Er ist so tief im Fleisch drin. Und jetzt los. Such den Schatz. Such den Schatz. Okay. Schau, der dreht dann um. Das hat er letztes Mal auch gemacht. Der dreht dann um. Streicheln kann ich es hier eh nicht. Was immer noch eine Unverschämtheit ist. Okay, dann kriegst du Wild. Tag the Wild. Los. Sobald ich wieder über diese Schwelle gehe, hört er auf, mir zu folgen. Ah. Was soll denn das? Muss es gebraten sein. Deswegen ist Feuer hier. Machst du schon? Nee, ne? Muss länger drin bleiben. Wenn ihr wisst, wie das geht, ihr könnt mir gerne einen Tipp geben. Nicht so essen. Oh mein Gott, bist du des Wahnsinns. Es brennt. Nee. Das hat ihn uns nicht gefreut. Muss es vielleicht wirklich ein Essen sein? Aber das wäre jetzt Essen. Ach, das kann ich auch nicht in die Hand nehmen. Ich kann dem kein gegrilltes Fleisch geben. Du bist so blöd. Ich habe euren dummen Hund. Ich meine, ich könnte wirklich einfach alle Thronen aufmachen. Ah. Was ist mit Trüffel? Wie so ein Trüffelschwein. Findest du mir dann Schätze, wenn ich dir Trüffel gebe? Das wäre so dumm, wenn ein Hund Trüffel mag. Ich gebe dir einen Hahn. Einen ganzen Hahn. Oder soll ich den mit dem Essen reinlocken? Das kann nicht sein. Das wäre so viel Essen. Die ist so tief, die Höhle. Er liebt mich. Aber nicht genug. Los. Du Sack. Also ist es zeitbasiert? Oder? Ich verstehe es nicht. Ich kann ihm doch jetzt nicht all mein Essen geben. Eins noch. Ich glaube, der will Steine essen. Los, Wuffels. Du Scheißhund. Vielleicht muss ich reingehen und dann kommt er mir hinterhergelaufen. Und so, warte auf mich. Also ich check das nicht mit dem Essen. Oder muss ich aussehen wie Essen? Kann ich irgendwie aussehen wie Essen? Kann aussehen wie ein Pilz. Oder wie eine Echse. Ich muss danach googeln. Ich finde das komplett unlogisch. Das ist die Höhle der Grimmigen Gottheit. Ja, aber die Quest ist... Also das ist die Grimmige Gottheit da drin, ja. Aber, ähm... Trotzdem ist die Quest, ja. Muss ich hier erschaffen. Die Quest ist, dass eine von diesen Truhen hier cool ist. Aber es sind halt ein paar. Ich wette sogar, die, die ich brauche, muss vom Hund aufgebuddelt werden. Oder sowas. Wahrscheinlich ist sie noch nicht mal dabei. Hallo, Schreck. Euer Hund ist blöd. Der hat so viel Zeug gefressen. Ich habe die einfach rausgezogen. Alle? Ne, ich will wissen wie das richtig geht. Deswegen google ich jetzt. Tears of the kingdom. Oh, guck mal. Der hat ein Herz. Obwohl ich ihm kein Fleisch gegeben habe. Sagst du mir jetzt? Und er dreht um. Wie heißt die Quest? Die Jagd nach Ramdas, Schatz. Ich habe halt den Schatz. Ich habe ihn sogar an, den Schatz. Flammenhose ist die Belohnung. Ihr könnt auch dem Hund vor der Höhle viermal wild hinwerfen. Alles auf einmal. Viermal wild auf einmal. Woher soll ich das wissen? Wie soll ich das denn rausfinden? Das haben die nicht gesagt. Woher soll ich denn wissen, dass es viermal wild sein muss? Auf einmal. Habe ich viermal? Oh, ich habe viermal wild. Vielleicht bin ich zu schnell. Ich bin gekrochen. Das dauert jetzt. Jetzt weiß man, dass es genau vier sein muss. Und wild. Kein Geflügel. Jetzt renn rein. Ah, das macht dann so blöd. Macht das von alleine? Er macht es von alleine. Euer Hund ist doch klug. What the dog do? Wo ist mein Phallus? Lass dich nicht von mir ablenken. Nein, der Hund lässt dich von mir ablenken. Geil. 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 What is it? What are you smelling? You done? Nice. Good job. What? What? Das heißt, man hätte es auch gefunden, wenn man einfach alle aufgemacht hätte. Da war nichts drin. Ah. Oh. Krieg ich dafür die Quest? Ramdas Schatzgrimmige Gottheit. Ja, das habe ich schon, aber gut. Ich kann ja noch mal eine finden. Die, die ich habe, ist von... ...vom Amiibo. Ramdas Schatzgrimmige Gottheit. Aber die haben... Wie? Ach, vielleicht muss ich aber die Flasche doch noch mal ansprechen. Checkt das die Quest nicht, dass ich das schon gemacht habe. Bist du gestern noch rechtzeitig auf der Dettel gekommen? Nein, ich habe hier und da, ich habe den Stream ausgemacht und habe einfach laufen lassen. Ich habe das schon eingesammelt. Hör auf, dass hier die Quest ist. Aber gut, dann ist halt die Quest... Sie ist noch nicht mal genau da, wo die Flasche ist. Das ist auch komisch. Räuber Ramdas schrieb. Kehre in Gestalt der Grimmig Gottheit hierher zurück. Damit dies gelingen kann, musst du drei Orte aufsuchen. Die Schatzkammer auf der roten Zitadelle in Alas. Ich habe die halt... Okay, das heißt, ich muss einfach... Ah, ich habe die nicht an. I'm back. Okay, dann muss ich wirklich die Teile finden, die im Spiel sind und nicht die, die ich an habe. Okay, na gut. Koda vom Gasthaus hat ein altes Dokument in ihrem Besitz, es folgenden Reim enthält. Das ist jetzt wahrscheinlich Zoras Maske. Ein des Dankes voller Schrein für eines des Dankes vollen Stein. Er liege seinem Charme an Kaptarm. Kaptarm. Ein des Dankes voller Schrein für eines des Dankes vollen Stein. Irgendein Stein am Kap des Tarn. Wo ist der Kap des Tarn? Na, da, wo auch der Punkt ist. Okay. Natürlich haben wir keinen einzigen Schrein dort. Was macht mein Hexenschuss? Ist der inzwischen weg? Der ist quasi weg, ja. Der war diesmal krass, keine Ahnung. Vor allem das komische war, dass er einfach gekommen ist, ohne eine krasse Bewegung gemacht zu haben. Und der war noch nie so lange. Ich hatte noch nie durchgehend eine Woche einfach. Ist er wirklich eine Woche lang, konnte ich nicht gerade stehen. Aber jetzt ist alles weg. Ein bisschen spürt man es. Oh, das war schon. Hexenschuss? Wollt ihr sagen, ich bin die Hexe? Ich spiel nicht mehr genug Pokémon Go. Ich geh ins Fitnessstudio, Mann. Ich bin fitter denn je. Deswegen ärgert's ja noch mehr, dass du gehst extra hin, trainierst und dann trotzdem macht dein Körper schlapp, ey. Dann kann ich's gleich lassen. Wo ist das Grüne? Der hat von da oben geleuchtet. Okay, hier ist Kap des Tarn. Und hier soll jetzt Stein, Charm... Oh. Ich soll da einen Stein reinkullern? Oder ich soll einfach noch rein? Gehen wir mal da rein? Ich glaube, hier hat das angefangen. Ich musste einfach nur durch. Wobei, ich war ja noch nicht drin. Okay, nee, ist neu. Ein des Dankes voller Schrein für eines des Dankes vollen Steinen. Er liege seinem Charme an Kap Tarn. Dann, äh... Gehen wir jetzt da mal durch. Ach, der muss wahrscheinlich mit. Ist das der Pedo mit dem Zora-Kind? Nein. Was hast du für eine Version gespielt? Hallo. Nenn mich Gott. Der Hand Gottes. Zählt das? Steig aufs Schloß! Wer in Hand schreit. Haben wir hier ein Segel? Soll ich einfach ein Krogblatt nehmen? Nehmen wir mal ein Krogblatt. So aus, also wollen die, dass man das nimmt. Wo ist das Krogblatt? Ach so, das Krogblatt ist jetzt ein Zusatz. Stimmt. Ah, das ist ja gar keine Waffe mehr. Ähm... So, und dann habe ich eine Waffe. Was tue ich weg? Die sind alle viel zu gut, um sie wegzutun. Oh Gott. Scheiß Bomberrand. Tu mal weg. Okay, ich habe noch nie ein Krogblatt benutzt. Aufpassen. Ich will das Boot nicht kaputt machen. Wie lenke ich? Hä? Achso, ich muss warten. Wie dreht man das Segel? Okay, warte mal. Ah, okay. Wow! Alles ist gut. Du weißt... Oh Gott. Alles natürlich mache ich im Gym. Ich gehe jetzt Richtung Grand Line, genau. Ich trainiere unten nur meine Arme, damit ich geile, sexy Arme wie Popeye habe. Muss ich jetzt jedes Mal wieder das Pflos hier reinziehen? Stark auf. Oh Gott. Entschuldigung. Oh Gott. Entschuldigung. Flaktuiert. Flaktuiert. Go, 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 go. Keine Ahnung, wo die Nächsten sind. Ja. Ja, da ist ja sogar schon der Schrein. Booty Training. Die Maschine für Booty Training ist seit einem Monat kaputt, ey. Die Schweine. Das nehme ich mit. Ich bin da, ich bin da. I did it. Nice. Bye, Anne. Natürlich ist das nicht, dass man alles trainiert. Doch. Ich trainiere buchstäblich alles. Warum sollte man sonst ins Fitnessstudio gehen? Ach, das ist der Pedo mit der Zora. Er hat eine kleine Zora bei sich. Der ist lieb. Wir sind lieb. Schon wieder so ein Schrein, der einem nix bringt. Als Schnellreisepunkt. Wobei, ich kann dann einfach aus der Höhle raus. Stimmt. Bringt schon was. Gibt es überhaupt Spinat aus der Dose? Ich habe noch nie Spinat aus der Dose gesehen. Schön kurz das Schrein. Weil man im Job beispielsweise schon Arme oder Rücken trainiert. Du bist gerade bei meinem Job. Was glaubst du, was ich gerade trainiere? Du kannst mir beim Job zuschauen. Was trainiere ich gerade? Meine Finger. Ja. Das Sitzfleisch. Den Popo. Wie trainierst du den Popo, in dem du drauf sitzt? Hirnzellen. Ja. Die verlierst du, wenn du ins Gym gehst, aber. Wenn man den Leuten da zuschaut. Ich trainiere die ganze Zeit meinen. Okay, mir fallen nur blöde Sachen ein. Und dann verarsch dir wieder mein schönes Schwert, wenn ich das sage. Okay. Nix. Falsch. Ich meinte nur, dass es nicht natürlich ist. Würde ich schon sagen, dass das natürlich ist, dass man im Fitnessstudio alles trainiert. Natürlich nicht jedes Mal. Du gehst nicht hin. Wobei, ich habe tatsächlich einen Plan, womit ich alles mache. In einer Stunde. Von der Trainerin. Aber. Ich weiß nicht, was mehr Jobs sind. Bürojobs oder Jobs, wo man sich tatsächlich bewegt. Auf der Welt gesehen, wahrscheinlich sind es auf der Welt gesehen mehr Jobs, wo man sich bewegt. Aber ich glaube zum Beispiel in Deutschland sind mehr Leute, sitzen acht Stunden auf dem Arsch und bewegen sich nicht, als Leute, die, keine Ahnung, auf dem Bau arbeiten oder sonst wo sind, wo sie sich tatsächlich bewegen. Ich glaube heutzutage in einem fortgeschrittenen Land arbeiten die meisten Leute im Büro und sitzen nur rum. Die einzige Bewegung ist der Spaziergang zur Arbeit, wenn überhaupt der lang ist. Wenn er nicht sowieso im Auto stattfindet. Und das würde ich auch nicht zählen. Der Zora-Soldat Giorda hat dir berichtet, dass einige Monster eine Festung auf der Nordseite des Jabo-Plateaus errichtet haben. Falls niemand etwas gegen diese Monster... Okay, es ist einfach fett kämpfen. Moment, aber Happens, du bewegst dich viel. Du musst die ganze Zeit im Rewe Sachen stapeln und bist die ganze Zeit auf den Füßen. Das würde ich schon dazu zählen. Du bist schon einer, glaube ich, der einen Job hat, wo du dich die ganze Zeit bewegst. Dein Arbeitsweg ist ein Witz, ja. Der Sitzanteil ist hoch trotzdem. Trainieren nicht alle alles im Gymnasium. Daher nur mein Hinweis, dass es nicht natürlich ist. Es mag plausibel oder empfohlen sein, aber nicht natürlich. Ich glaube, es ist natürlich. Dass die meisten Leute haben ein Leg Day, ein Arm Day, ein Back Day und einen Core Day. Und innerhalb einer Woche hat man dann alles trainiert. Aber natürlich, ich weiß vollkommen, was du meinst. Es gibt bestimmt Leute, die einfach nur... Also ich würde sagen, das ist das Richtige, was man machen sollte. Glaube ich. Aber es gibt bestimmt Leute, die einfach nur sagen, ich will geile Arme haben, um die Miezen anzuziehen. Yeah, Pussy Magnet. Und die machen nur Arme. Und dann laufen sie rum wie Popeye. Mit ihren kleinen dünnen Stelzen. Ich habe auch dünne Stelzen. Aber ich mache auch nichts. Also ich mache schon was, aber nicht genug für... Was ist, was sich was ändert. Komm, wir machen alle Bogen kaputt. Bögen, Bogen. Ich habe zu wenig Pfeile. Was? Ich war so weit weg davon. Er brennt. Er hat sich selber in Brand gesteckt. Und shit. Ein kleiner Treffer. Okay, ich sollte eine andere Rüstung anziehen. Mh... Ist so geil, die Waffe aussieht so langsam. Komm, 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 komm. Okay. Wenn man so auf das Wort natürlich pocht, sollte man eher sagen, dass es dass ein Fitnessstudio allgemein eine künstlich geschaffene Umgebung und nicht natürlich ist Ja Ob es die meisten sind, weiß ich nicht Aber wenn man hingeht, sieht man auch Ich sehe jedes Mal Leute, die machen Übungen wo du dir denkst, ja klar hast du Ergebnisse damit, aber es ist so ungesund Das sieht so ungesund aus, wie manche das machen Der eine zerlegt jedes Mal fast die ganze Bude, wenn er seine Gewichte hebt Und das immer mit Schwung Und ich denke, wenn du Sachen mit Schwung machst, kann ich das auch. Ich kann auch 100 Kilo mit Schwung hochheben Alter, ich war doch nicht bereit Dort muss ich nadern Das sind noch ein paar, ne? Oh Gott, das ist ein Ding Da kommt Big Boy Ist da eine tot? Ne, der muss es doch noch weggehauen haben Das ist ein Weißer gewesen Der hängt fest Der hängt fest Nein Zum Glück hat der gerade noch aufgehört Wow Was ist explodiert? Ich bin so verwirrt die ganze Zeit in diesen Kämpfen Ich will was essen Wow Ach, der hat die geworfen Okay, das können wir gerne machen Der lebt noch so viel Nach dem 4 TNT neben ihm Wow Wow Oh, du stehst viel zu schnell wieder auf Nein Da kommt der Kleine Habe ich noch eine Fee? Ich glaube, ich habe keine Fee Ich hole mal die anderen Die sollen mal ein bisschen mitmachen Was ist jetzt geil von mir? Zählt das? Wo ist der? Oh nein, muss ich den später suchen? Ich habe den Ladebalken nicht beobachtet Aber es kann sein, dass der dabei draufgegangen ist Den Ladebalken Den Monsterbalken Da kommt er Der steht unten Schauen wir mal, wie viele da jetzt noch sind Vielleicht waren das alle Und dann steht er da unten Ja, hier ist niemand mehr Ich will hier raus Ach ja, ich muss so machen 44 Nehme ich Die ist gleich kaputt Aber die ist gut Gib mir Geld Oh, ich muss noch einen besiegen Okay, gut So, der steht jetzt da unten Hätte ich die Kleinen einsperren können Indem ich einfach einen Käfig drüber tue? Wahrscheinlich Das sind ja alles Chefküche, ey Gummis Okay, wo bist du? Wenn du mich jetzt killst Ja, du musst da unten sein Da ist er Ich bin ein bisschen zu nah Oh, mach das, komm schon Warum ist da immer noch Leben? Welcher kleine Mini-Racker lebt da oben noch? Ich bin irgendwie schnell da wieder hoch Zora, Großschwert? Woher? Hatte der das? Gott, ich hasse diese dummen Weisen Ich würde die gerne aus dem Spiel löschen Oder einfach eine logische Steuerung für die machen Okay, wie kommen wir denn da wieder hoch? Ey, er muss klettern Wird das was? Peiniger des Yabu-Plateaus Hä, wo ist denn jetzt noch einer? Irgendwo hinter dem Oder ist es noch einer? Also der, den ich weggebombt hat Der die Rüstung anhatte Das war der letzte, glaube ich Vielleicht steht irgendwo oben einer Oder er hat mich doch gesehen Irgendwo ist einer Hinter Vielleicht einfach hinter die Festung Geklippt Oder ich muss noch die Items einsammeln Für den da oben Oh, keine liegen Okay Hä? Der kann ja auch nicht mehr viel Leben haben Das wirkt wie so einer Da Was? Bis was? Der hat noch nicht mal gecheckt Dass irgendwas passiert ist Tot Unverschämt Was ist keine schöne Cutscene Von wegen Du hast sie befreit Neuer Eintrag Eine Rösteichel Was habt ihr dazu zu sagen? Muss ich das jetzt zurückbringen? Okay Fetch the Quest Quest the Fetch I'm quetching Festing Quisten Fisten Quetschen Quist Du warst ja Wenn ich mich recht In Sinne ITler Falsch Hattest keine Lust mehr Für Unternehmen zu arbeiten Falsch Was hat dich denn Besonders gestört? Ähm Nix Das war alles falsch Ne Das quasi Ähm ITler Niemals wäre ich ITler Ich könnte es Ich würde es gar nicht aushalten ITler bedeutet Dass man Kundendienst macht Also nicht immer Glaube ich Ich weiß nur Die IT mit der ich Halt Unsere IT Die Das war natürlich unser Kundendienst Und die waren immer nur genervt Logischerweise Wäre ich auch Wenn Leute herkommen und sagen Warum kann ich mein CSGO nicht runterladen? Weil du in der Arbeit bist Ne äh Ich bin Art Director Ich hab Werbung gemacht Ich bin der der Dafür gesorgt hat Dass du zu McDonalds willst Um die geilen Sachen dort zu essen Und ich hab dafür gesorgt Dass das lecker schmecker aussieht Dass der Mund Im Wasser zusammenläuft Und äh Das hab ich sechs Jahre lang gemacht Und ich hatte keine Lust mehr Nicht weil ich für ein Unternehmen Nicht mehr arbeiten wollte Sondern weil ich einfach Ich meine im Endeffekt Ist es das natürlich Sondern weil ich einfach Lust hatte Es ist also Besonders in der Werbung Ist es halt das Problem Fast Ja ITler und Art Director Ist fast das gleiche Ich hab wieder 3000 Warte gleich Ich muss nur eine neue Quest aussuchen Wo steht es eigentlich 45 von 139 Es sind so viele Der Schmied Dento bot dir an Die mächtige Lichtschuppenlanze Für dich anzufertigen Mit der die Zora seit Olden Zeiten kämpfen Die benötigen Materialien Seiner Zora-Lanze Drei Diamanten Und fünf Feuersteine Ist das nicht Was ich gerade hier Eingesammelt habe Zora-Lanze Zora-Großschwert Die Lanze ist Ich hatte sogar eine Lanze Ich hab die fusioniert Okay Ne Lanze Müssen wir uns einfach merken Ich will auch nicht Den Bogen nehmen Weil es sind dann diese Besonderen Waffen Die will ich nicht verschwenden Ja Aschelbrödel zählt nicht Sondern sortiert nur Wer ist Aschelbrödel? Könnt ihr aufhören Euch zu streiten? Könnt ihr das in Persönlichen Nachrichten machen? Äh Quest Wir streiten nicht Wir diskutieren bloß Ja das haben meine Eltern Auch immer gesagt Und dann haben sie sich geschieden Das ist streiten Äh In den rund um das Dorf Abgestürzten Kranzruinen Wurden mehrere Steintafeln Entdeckt Es gibt drei Steintafeln Ne Will ich nicht Allerdings möchte Ball Sei von der Färberei Das hab ich jetzt Das kann ich endlich machen Ah Okay Du schaffst es bei mir immer Dass mein Mund im Wasser zusammenläuft Sehr gut Dann hattest du aber einfach Ja dann hattest du halt Einen kack Job Phoenix Aber ich weiß Du hast ja schon oft erzählt Ich weiß wie sehr du es liebst Jetzt Weniger zu arbeiten Und einfach Genug zu verdienen Damit du klarkommst Und dich nicht Fast Verknechtest Ne Das ist aber bei mir Überhaupt nicht der Fall Das ist Hat Gar keine Rolle Bei mir Äh Es ist nur so Dass in der Medienbranche Das sagt man dir davor Nicht wirklich Es ist zwar logisch Aber wenn du halt Frisch aus der Schule rauskommst Dann denkst du darüber nicht nach Also du denkst einfach nur Du denkst einfach nur Ja ich kann Ich kann Was Ja Du denkst einfach nur Oh ich kann Photoshop Also Und es macht Spaß Photoshop zu benutzen Und Videos zu schneiden Also sollte ich Mediendesigner werden Und Was dir dann nicht gesagt wird Dass Aber das ist ein bekannter Spruch In der Medienbranche Dass 80% 90% Von dem was du tust Ist für den Mülleimer Du machst Sachen Nur damit Sachen Du machst quasi Sachen Du steckst Herzblut In Designs Und in Ideen Nur damit Leute sagen Dass es scheiße ist Oder nicht scheiße ist Aber einfach Irgendwelche Einflüsse Die du nicht kontrollieren kannst Sagen dann Dass das Nicht Das Richtige ist Und dann wird das nicht gemacht Sondern irgendwas anderes Was du nicht gut findest Oder zumindest Wenn was gemacht wird Was deine Idee war Wird es am Ende So umgesetzt Wie du es Nicht Magst Ich hatte mal eine Idee Die fand ich cool Und am Ende Als sie veröffentlicht wurde War sie so scheiße Dass ich nicht mehr stolz sein konnte Auf diese Idee Aber es war meine Aber sie wurde so blöd umgesetzt Dass ich Dass ich Ich hab zwischendurch sogar gesagt Lass uns das nicht machen Das wird so schrecklich Und es wurde schrecklich Und das hat mich genervt Das Aber das ist speziell Auf diese Branche bezogen Du kannst es nennen Dass du dich quasi Knechten lässt Aber das war bei mir Nicht der Fall Ich hab mich nie geknechtet Gefühlt Meine Chefs waren großartig Ich liebe meine Chefs Immer noch Ich hab auch noch Kontakt Zu meinen Vorgesetzten Und sowas Wir waren Das ist eine geile An der Medienbranche Oder an der An der Agenturwelt Dass du wirklich Mit Freunden zusammen arbeitest Weil alles sehr persönlich Und sehr freundschaftlich ist Es tat sehr weh Die Die alle Quasi Also die einfach Nicht im Stich zu lassen Aber Zu kündigen Und die Nicht mehr jeden Tag zu sehen War sehr schlimm Ich hab's auch geliebt Regelmäßig Wohin zu gehen Oder sowas Aber was mich Nach sechs Jahren Fertig gemacht hat War einfach Dass Du machst Und machst Und machst Und Nichts hat Sagen wir es so Es hat Nichts davon Hat Ich will nicht sagen Dass ich die Welt Besser gemacht habe Weil ich mach die Welt Jetzt auch nicht besser Dadurch was ich jetzt mache Aber wenn Nichts Nicht nichts Ich hab Mal ein Patreon Video Hochgeladen Wo ich gezeigt hab Und auch erzählt hab Was ich alles gemacht habe Gezeigt hab Ein paar Spots Die ich gemacht habe Und so Und auf die bin ich Stolz und sowas Aber das sind halt Das ist an einer Hand Abzählbar Auf was ich stolz bin In sechs Jahren Und alleine in den vier Jahren Wo ich das hier mache Oder fünf Jahren jetzt Äh Es gibt so viel mehr Was ich Cooles Hier gemacht habe Ich hab einen Job Ich hab einen Job mehr erlebt Weil ich auch Länder Afrika bereist habe Und was nicht alles Aber das Stichwort Ist dann wahrscheinlich Eher Erfüllung Ist das hier Es erfüllt mich nicht auch Immer natürlich Das hier Was ich hier mache Aber nach sechs Jahren Nur fünf Ideen Auf die man stolz sein kann Das hat einen Macht einen halt dann Ist halt nervig Man macht und macht und macht Und hat auch sehr viele Überstunden Ich hatte sehr viele Überstunden Und Das ist dann Du hast Überstunden Und machst und machst und machst Und am Ende Hat es nichts gebracht Erstes Beispiel ist ein Pitch Wir arbeiten Wir haben für McDonalds Gepitcht Als wir McDonalds verloren haben Wir haben den Pitch nicht gewonnen Aber das war einer der schlimmsten Zwei Wochen Und für andere Ich hab nur zwei Wochen mitgemacht Andere haben das drei Monate mitgemacht Oder sowas Das war die schlimmste Zeit Und am Ende sagen sie Ihr habt verloren Ihr habt nicht gewonnen Und dann ist es halt wirklich Okay also die letzten drei Monate Dass ich in der Arbeit geschlafen habe Und meine Familie nicht gesehen habe Und jeden Tag nur Fett von McDonalds geschwitzt habe Und jetzt sagst du Es hat nichts gebracht Im Gegenteil Wir müssen Leute jetzt entlassen Weil wir den besten Kunden verloren haben Okay cool So du Wenn ich hier was mache Ich bin jetzt in den Monolog gefangen Du bist selber schuld Du hast mich jetzt Monologilieren lassen Ähm Und dafür mache ich im Spiel nichts mehr Sondern laufe nur dumm rum Äh nein Ähm Aber jetzt habe ich vergessen Was ich sagen wollte Die haben alle Zielwasser gedrungen Wie mittlerweile in der Modebranche Ich glaube es gibt viele Branchen Die so sind natürlich Alles was kreativ ist Hat halt diesen Faktor Von wegen Du machst Sachen Und der der was zu sagen hat Sagt mag ich nicht Und du kannst es als die beste Idee finden Die es gibt Wenn der der das Sagen hat Sagt nein Dann ist es nein Und dann war es das Und all die Arbeit Die du getan hast Ist umsonst gewesen Jetzt kann man natürlich sagen Es ist nicht umsonst Du hast gelernt Ja Aber irgendwann Ist es umsonst Weil Wenn es zu oft passiert Ist es anstrengend So warte Ich habe das abgegeben Der Schmied Dento Ne Also in die Vergangenheit Steintafeln Dorfvorsteher Rosel Dazu benötigen sie jedoch Unterstützung von Fachleuten Ja Das geht noch nicht Drei riesige Monsterbrüder Haben es sich in den Höhlen Am Lotussee Und Rodai See Und am Kulau See Gemütlich gemacht Ah ja Das sind die drei Gibt es überhaupt noch Chinox Ich weiß gar nicht Ob es noch Chinox gibt Ich glaube schon Man hängt sich voll rein Und dann wird quasi Ein Kunstwerk missbraucht Ist ein Kunstwerk Ja Kunstwerk ist es nicht Aber Ich will noch nicht mal sagen Oft sind Oft ist dann das Was Rausgekommen ist Objektiv besser Weil mehr Leute Erst wahrscheinlich Das Produkt dadurch kaufen Weil die Werbung so wurde Aber es ist Keine Ahnung Langweiliger geworden Halt Auf Masse gemacht worden Und das Coole daran Was das Ganze cool gemacht hat Weswegen nur die Idee hat Ist es weg Und objektiv ist es vielleicht besser Aber die Idee Die von mir war Und was ich daran cool fand Ist weg Das heißt du kannst Du kannst noch nicht mal böse Darauf sein Wenn du weißt Dass es besser ist Aber Es ist halt Trotzdem anstrengend Mit der Zeit Wenn man macht Und macht Und macht Es trägt halt keine Also Ja doch Also Es ist schwer zu sagen Es trägt keine Früchte Ist auch falsch Weil man lernt ja sau viel Bei sowas Aus Fehlern lernt man Ne Aber es war einfach Ja Wo bin ich Hier Es war einfach Nervig Aber ich bin auch nicht sicher Ob ich es nicht bereue Ob ich Da weggegangen bin Vielleicht hätte ich einfach Ein bisschen länger noch Durchhalten sollen Alles wäre anders geworden Aber der Job war geil Ich habe wirklich nichts Gegen den Job gehabt Aber das Was mich auch immer Groß gestört hat Ist Dass ich der Meinung bin Dass Die meiste Werbung Nichts bringt Es gibt viele Werbungen Die bringt was Selbstverständlich Oft 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 sagen Leute Werbung prallt an mir ab Das stimmt nicht Allein Dass du drüber nachdenkst Und vielleicht sie erwähnst Oder dann in den Twitch Chat reinschreibst Ey die Werbung habe ich gesehen Die hat Die hat nichts Nichts in mir Verursacht Hat schon verursacht Dass du drüber geredet hast Und jemand anderes Hat es vielleicht mitgekriegt Das heißt Werbung hat immer Irgendwie einen Effekt Aber Ich hatte oft das Gefühl Wir haben halt Ich habe Medien erstellen müssen Oder halt Sachen machen müssen Wo ich mir dachte Es interessiert Keinen Schwein Was ich hier gerade mache Es interessiert kein Schwein Was ich gerade mache Es werden Leute sehen Und sich denken Boah Braucht doch keiner Das ist halt auch nervig Wenn er die ganze Zeit Im Endeffekt Läuft es darauf hinaus Dass ich sage Es hat einen nicht erfüllt Und der Job kann bestimmt Super erfüllend sein Wenn man die ganze Zeit Geilen Scheiß macht Wenn man die ganze Zeit Geilen Scheiß macht Und Preise damit verdient Und von anderen Beförderung bekommt Und mehr Geld bekommt Und dann Trittst du hier auf Und zeigst hier was Und bist der Chef davon Natürlich ist das dann erfüllend Und dann machst du eine geile Werbung Die tatsächlich dann für Charity ist Und die ändert dann sogar Leben Und sowas Klar kann das erfüllend sein Aber der Standard-Mediendesigner Oder Grafiker Der Der macht so ein kleines Plakat An dem du vorbeiläufst Und der hat da wochenlang geschuftet Und sich Haare dabei rausgezogen Und es interessiert kein Schwein Aber der Kunde mit dem du arbeitest Denkst es ist das wichtigste auf der Welt Ja das ist einfach so eine allgemeine Einstellung Und wenn du die hast Gegenüber Werbung Ist es schwierig in der Werbung zu arbeiten Nach einer Zeit Was geht hier ab? Könntest du mit Einnahmen von Twitch und YouTube überleben? Äh im Moment nicht Im Moment ist es Sehr wenig Was ich verdiene Ich hab ein Video drüber gemacht Auf meinem YouTube-Kanal Wie viel ich verdient habe In 2023 Falls dich interessiert Hab ich genau gezeigt Alle meine Einnahmen Von YouTube Twitch Und Patreon Und sowas Ich hab selber nie zusammengerechnet Also ich muss es bald mal zusammenrechnen Weil ich meine Steuererklärung Natürlich machen muss Aber Die Einzelnen Ich hab das alles gezeigt Also ich hab meine Dashboards Aufgemacht Und gezeigt Was ich wann verdient hab Damit andere sehen Wie viel man als winziger YouTuber verdient Und nicht nur die Zahlen Von Monte und Co Also ne Ich könnte vielleicht davon leben Wenn ich In Deutschland auf dem Land Wohnen würde Und erst recht Irgendwie im Keller von der Oma Oder sowas Dann könnte ich davon leben Ja Aber in Dublin Bei 2000 Euro Miete Und was nicht alles Ist Wäre das sehr schwer Ja Äh Ich hab nur Kann ich den Kampfhahn gefangen Hör auf Der hat so einen dummen Hut auf Oder kann ich den ins Auge schießen Auf die Eier Der hat Schutz Der hat Schutz Eierschutz Der hat Knieschutz Ich hab keine Pfeile mehr Schlechtes Timing Liegen hier Eier rum Äh Pfeile rum Ich bin jetzt auf die Eier Ähm Warum liegt hier so viel Zeug Das ich kaum benutzen kann Wofür brauche ich denn Fässer Wenn ich nicht drauf schießen kann Was ist da drin Wir haben ja Zeit Äh Ich kann Nichts bewegen Was Zwei K Zahlt man auch schnell In Deutschland Nicht schnell Natürlich kannst du In Berlin In der Innenstadt wohnen Oder in München In der Innenstadt wohnen Und da 2000 Natürlich kannst du Aber Äh In der Regel Zahlst du nicht 2000 Euro Im Schnitt Zahlst du sicher nicht 2000 Euro In In München Oder sonst wo Äh Was war da gerade drin Oh Fünf Pfeile Okay Cool Ist der Pfeil jetzt weg Ja Was kann man im Late Game Bei Zelda noch so machen Alles Das Spiel ist Late Game Also keine Ahnung Alles Das Spiel ist ein Open World Exploration Game Ich mein mach 100% im Spiel Mach alle Quests Alter Ich hab mich so zu bewegen Sieg alle Monster Mach alle Spiele Sammle alle Gegenstände Sammle alle Rüstungen Sammle alle Bilder Kannst unfassbar viel machen Ja okay Jetzt ist es soweit Deine Hand Bereuen sollte man die Leo Du hast deine Entscheidung Ja schließlich nicht Über Nacht getroffen Doch Sag mal Du kennst mich gar nicht Felix oder was Du bist hier seit fünf Jahren Und sagst die ganze Zeit Du hast das ja nicht so gemacht Ich so doch Ich hab buchstäblich In einer Millisekunde Entschieden dass ich Twitch Streamer werde Ohne drüber nachzudenken Buchstäblich Wirklich Ein schneller schießen Aber Fridolin bringt ihn langsam um Oh komm Der war doch Er ist dum Er ist dum Er ist dum Er ist dum Ich glaube, ich mache die einfach so weg. Cool. Sonst ist es einfach nur da für Leuchtsteine. Dann nix dahinter. Ich weiß gar nicht, habe ich die Leuchtrüstung? Ich glaube, die gibt es auch wieder. Dafür braucht man sau viele Leuchtsteine. Ich habe die noch nicht. Ah, es sind kaum Leuchtsteine drin. Okay, next. Komm, wir gehen raus. Oh, krass. Ja. Ist das da eine Höhle? Ah, wahrscheinlich hier drin. Bezahlbare Wohnungen sind ein Witz in Deutschland im Vergleich zu hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist doch... Oh, shit. Das ist ein Untergrund. Nein, das ist gar kein Untergrund. Bin ich hier richtig? Ja. Das macht nicht wieder auf. Jüngster ist der Einfachste. Merkt man. Das ist gar kein Untergrund. Ich weiß nicht, warum ich angefangen habe. Ich habe einfach angefangen, weil ich was anderes machen wollte. Ich bereue eher, dass ich das viel zu spät angefangen habe. Es haben schon Leute fünf Jahre davor gesagt, warum machst du das eigentlich nicht so viel, wie du zockst. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin viel zu schüchtern. Ich könnte nie einfach mit so vielen, also überhaupt in der Kamera reden und sowas. Und es ist immer noch seltsam, dass ich das mache, weil es eigentlich überhaupt nicht zu mir passt. Aber hätte ich das mal dann gemacht, als Leute das zu mir gesagt haben, keine Ahnung, was dann gewesen wäre. Aber ich würde immer noch sagen, dass ich nicht, überhaupt nicht berühmt sein will. Weil den kleinen Schimmer, den ich da mal hatte, mit dem anderen Zeug und sowas, mit berühmt werden, das allein das Level war mir schon unangenehm. Wenn mir das Level schon unangenehm ist, was ist denn dann berühmt sein? Deswegen, ich würde sagen, ich... Was viele auch sagen, dass das nicht sein kann. Könntest du einen Vortrag vor 200, 500 Leuten geben oder wohler fühlen als im Stream? Ich könnte, ich habe auch schon vor 100, 200 Leuten Vorträge gehalten. Und ich mochte das, was heißt mögen? Ich habe immer, also ich mochte es nie. Ich glaube, ich würde immer, wenn einer sagen würde, entweder ja oder nein, würde ich immer nein sagen. Aber manchmal muss man es halt machen im Job. Und... Uh, warum leuchtet das? Cool. Äh, nee, Stream ist viel einfacher, als vor 500 Leuten reden. Auf jeden Fall. Stream ist so viel einfacher. Wenn Leute sagen, sie können nicht mal ein Referat halten, dann sage ich, Stream ist um einiges leichter, als ein Referat zu halten. Weil du stehst nicht vor Leuten. Keiner guckt dich an. Du siehst einfach nur Text vor dir. Und wenn du anfängst, siehst du noch nicht mal Text vor dir. Du musst einfach nur allein in einem Raum sitzen. Oder mit anderen Freunden in einem Raum sitzen. Und du würdest nie mitkriegen, wie viele Leute tatsächlich da sitzen. Stream ist sehr viel einfacher als öffentliches Reden. Aber... Ähm... Ähm... Ja. Was ist sonst? Studium? Danke. Studium bedeutet... Wobei, man kann auch noch in meinem Alter studieren. Nein, ich studiere nicht. Ich bin... Äh, ne. Du schaust mir bei meinem Hauptberuf zu. Ich mach das Vollzeit. Ich steck viel zu viel Zeit da rein. Hallo Katar, Zuri. Hallo Katar. Hallo, 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 hallo. Wie geht es? Wie geht es? Herzlich willkommen. Wir spielen ein bisschen Tears of the Kingdom. Und gerade ist ein Blutmond. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Äh... Es bedeutet, dass alles wieder spawnt, was im Spiel ist. Habt ihr was Cooles gemacht? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Aber ja. Hi. Die Füchse sind da. Die Hände hoch. Warum soll ich die Hände hochhalten? Ihr schießt schon volle Kanne auf mich. Da bringt es doch auch nichts mehr, die Hände hochzuhalten. Ich nehme die Beine in die Hand und laufe weg für euch. Mit der, mit der Schrotflinte da, das Tisch, das überhaupt zulässt. Skull and Bones. Nice. Das... Moment mal, ist das das Neue? Ist das das Neue? Das ist dieses Neue. Ist das jetzt draußen? Ich bin da vollkommen raus bei sowas. Ich bin immer... Ich bin der kleine... Der kleine Nintendo Guy. Gibt es das auch auf der Switch? Die Demos raus. Die Schriftflöte. Die Schrotflöte, ey. Die Schrotflinte. Die Schriftflöte. Ah, jetzt checke ich es. Die Schrotflinte. Die Schriftflöte. Geil. Nee, vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Samstag und der Sonntag ist noch besser. Da geht's lang. Ich mache normalerweise Pokémon. Also ich bin Pokémon-Creator. Aber manchmal in der Nacht denke ich mir, ich habe Bock auf Tears of the Kingdom. Und das ist eine so eine Nacht. Es kommt sehr selten vor, aber manchmal... Hilfe. Manchmal treibt es mich nach Hyrule. Leo, erste Frage. Gibt das auch für N64? Genau. Gibt es das Skull & Bones auch für N64? Zelda ist ein absolut nice Spiel und auch mein persönliches Lieblingsspiel-Reihe. Ja. Aber dann muss ich jetzt gleich dir die Frage stellen. Was sagst du zu den zwei neuesten Zeldas? Sagst du da, ja, das ist mein Zelda? Oder sagst du da, uff. Not my Zelda. Ich habe keine Pfeile. Sehr selten nach gestern. Hallo Leute, es sind so viele. Ich sage jetzt nicht allen Einzelnen hallo, okay? Ich sage einfach hallo, ihr Schrotflinten, Schrindflöten. Verrückten. Dankeschön für den Raid. Herzlich willkommen. Ich bin noch ein bisschen da. Und wir chillen einfach bei diesem Spiel. Okay, wir reden gerade über alte Jobs, was ich früher vor dem Stream gemacht habe. Und ich hätte gern Pfeile. Niemals vergessen wir Reviewsteiger, ja. Old Leo war immer in der Nacht da. Beschwer dich nicht, wenn ich buchstäblich in der Nacht da bin. Immer dieses Meckern, obwohl du gerade bekommst, über was du dich beschwerst. Opa Leo erzählt von früher, ja. Also nee, was du gerade gefragt hast. Nee, ich mache das tatsächlich als Hauptberuf hier. Das heißt nicht, dass man, dass man das erfolgreich, dass ich das erfolgreich als Hauptberuf mache. Aber ich, äh, mache es trotzdem. Und jeder, der mir das nachmacht, ist ein bisschen doof. Denn ich bin ein bisschen doof. Ähm, warst schon. Der hat auch keine. Hab ich zuerst den schwersten besiegt von allen? Aber das ist keine Doppelwaffe. Ah, ich muss hier weg. Ich will eine Zweihand. Aber die ist kacka. Ich nehme das Herz. Nee, die ist kacka. Ist die groß? Leuntalklinge. Ist auch nicht groß. Ich will was Großes. Na gut, ich nehme die. Hey, Draroth. Was geht? Äh, nein, 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 nein. War etwas eine Ungewöhnung. Aber doch, ja, fast schon ein Sailor für mich, auch wenn es an TP nicht ganz rankommt. Ah, du bist also Twilight Princess. Fanatiker. Twilight Princess mag ich tatsächlich gar nicht mal so sehr. Ich bin großer, wie du vielleicht in meinem Hintergrund siehst, Majora's Mask Verteidiger und Rächer. Da wird niemals ein Spiel rankommen. Dann Wind Waker ist immer noch ganz oben. Ocarina of Time ist natürlich ganz weit oben. Aber die Spiele hier sind halt nicht vergleichbar mit den anderen. Deswegen ist es schwierig, die irgendwie in die Reihe mit reinzutun, wenn man die irgendwie ranken möchte. Aber Tears of the Kingdom ist, ich finde, ich einfach fast schon objektiv gesehen einfach ein. Vielleicht ist es nichts für einen, vor allem wenn man an die alte Zelda-Mechanik zurückdenkt. Okay, sehr schwache, schwache Brise. Achso, das war dafür da, dass ich fliegen kann? Bei den Gegnern braucht er aber nicht fliegen. Sag mal, wie läufst denn du wieder rum? Was, warum, was ist doch alles okay? Komm nur raus hier. Warte mal, von wo bin ich gekommen? Ich bin sogar von unten gekommen, oder? Hallo, I'm Shadow. Achso, du meinst Draroth, weil er keinen Badge hat. Prani startet mit Badge aus. Dankeschön. Du hast 500.000 Kanalpunkte eingelöst für Diddy Kong Racing durchspielen, ja. Noch geiler ist aber, dass ich ja inzwischen, nicht wegen dir, aber Diddy Kong Racing sowas von 100%et habe. Was so geil war. Das war immer noch eine der geilsten Sachen, die ich gemacht habe. Und das geilste war daran, dass ich es nicht im Stream gemacht habe. Sondern einfach so für mich gedididkongt. Muss ich das noch abgeben? Windwagger ist das einzige nie gespielte Zelda von mir, schäm dich. Ich konnte mich nicht mehr diesem Link anfreunden, es zu spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gedacht habe, als es rauskam. Weil ich war damals groß in Majora's Mars im Ocarina of Time. Und dann auf einmal kam Windwaker. Es ist so schwer, sich daran zurückerinnern, wie das war damals. Weil heute kriegt man alles, vor allem in dem Bereich, in dem ich hier bin. Du kriegst alles mit, die ganze Zeit. Ich meine, als ob ich damals gewusst hätte, wann eine Nintendo Direct ist. Oder eine Pokémon Presents. Und jetzt weiß ich das auf die Minute genau. Man kann es vorhersehen und solche Sachen. Aber als normalo... Normalo? Interessiert dich das nicht? Deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie habe ich überhaupt mitgekriegt, dass Windwagger draußen ist. Ich glaube, durch Fernsehwerbung wahrscheinlich. Aber ich weiß auch, wie ich es gekauft habe. Ich stand, glaube ich, im Saturn. Und habe nämlich zwei Versionen gekauft. Einmal die nagelneue Windwaker-Version. Mit... Äh... Mit... Ich weiß nicht was. Ich habe es hinter mir stehen, aber kein Bock. Also ich habe einmal diese Collectors Edition. Da ist die Demo von Windwaker drauf. Die ist inzwischen viel wert. Da ist die Demo von Windwaker drauf. Und da ist Ocarina of Time, Majora's Mask, A Link to the Past. Und Zelda 2 drauf. Auf der Gamecube. Als Gamecube-Spiele. Und dann habe ich die Windwaker Gold Edition, wo auch Ocarina of Time drauf ist, aber als Master Quest, glaube ich. Und das war die einzige Möglichkeit, wie man an die Master Quest in Deutschland, glaube ich, rangekommen ist. Weil die Master Quest gab es damals nur in Japan auf der N64. Und nur auf dieser Gold Edition, glaube ich, in Deutschland. Und die habe ich hinter mir stehen. Langsam habe ich keine Quests mehr. Irgendwann im Gebiet der Untergrundstadt. Immer wenn da vier eine Zahl ist oder so, habe ich keinen Bock. Oh, ich muss Bilder machen. Wollen wir Bilder machen? Die tiefe Schlucht war ein Hinweis auf den vergessenen Tempel, in dem du die umgestützt musst. Erstatte der Statue der Göttin bei der Quelle der Weisheit bericht. Oh, okay. Keine Ahnung, wann ich das gemacht habe. MM hat mich etwas zu sehr unter Druck gesetzt, wegen der Zeitsache. Auch wenn die Mechanik schon gefallen hat. Das ist am Anfang krass. Und ich weiß noch, als Kind habe ich so... Es war so schwer. Aber ich fand es so geil, dass ich nicht aufgegeben habe. Das Internet hat dann auch langsam angefangen und hat dann geholfen. Und MM, wenn du ein bisschen ein paar Sachen verstehst, hast du keinen Zeitdruck mehr. Du musst nur ein bisschen das Spiel verstehen und du weißt, dass du eigentlich fast alle Zeit der Welt hast. Und dann hast du diese Zeit, kannst du so wertschätzen, weil so viele coole Sachen passieren eben wegen diesem Zeitprinzip. Wie Leute, einfach damals schon, in 1900, wann kam es raus? 2000. Aber ein Spiel, was so auf Zeit basiert und jeder NPC hat gewisse Abläufe am Tag und sowas und du kannst die Person genau um der Uhrzeit da finden. Aber das ist von da abhängig und da abhängig und nur wenn du das machst, passiert das. Das ist so geil. TP hat mich durch das etwas düstere, wachsende Setting in den Bann gezogen. Ja, Twilight Princess ist gut und ich bin eigentlich keiner, der sich bei Grafik aufhängt. Aber vor allem stört mich die Grafik an Twilight Princess und wie sie es steuert. Ja, und das ist das, was den meisten Leuten gefällt, weil ich nicht verstehe, weil ich finde, Twilight Princess ist das hässlichste Zelda. Ich mag nicht, dass sie versucht haben, dass es realistisch aussieht. Und da sind sie auch dann noch wieder weggegangen mit Skyward Sword und vor allem hier. Ah, ich trottel. Nein. BW habe ich auch nicht gespielt, falls möglich wäre, werde ich es aber nachholen. Irgendwann wird es für Switch 2 kommen. Ich fände ja, wenn Nintendo keine guten Release-Titel hat für die Switch 2, dann können sie da einfach Wind Waker und Twilight Princess dazu packen und dann haben die Leute wenigstens irgendwas. Irgendwann wird es kommen. Und dann könnt ihr das alle nachholen. Dieses grandiose Spiel. Wind Waker. Du hast nie bereut, ein Zelda-Teil gespielt zu haben? Aber Skyward Sword. Die haben gesagt, ich soll mit ihr reden und jetzt will die noch was von mir? Okay, na gut. Lass dich machen. Die Göttin der Weisheit, die Göttin des Mutes, bringe die Quelle eine Klaue goldenen Geistes Farodra. Gold? Ist Farodra nicht? Weisheit ist Naidra. Habe ich Farodra nicht vorhin? Oh, das war eine Schuppe, die ich gefunden habe. Eldra. Farodra Schuppe. Hätte ich mal auf den Kopf geschossen. Aber ich habe, glaube ich, Eldra abgeschossen vorhin. Krass, wie schnell die SS eigentlich irrelevant geworden ist. Was heißt irrelevant? Was soll denn daran relevant sein? Das war einfach ein Remake. Selbst Tears of the Kingdom ist nicht mehr relevant inzwischen. Spiele haben eine Relevanz von einer Woche, auf Twitch zumindest. Hier, Bilder wollte ich machen. Der Besitzer des Steils der Schlucht Piaffe, bester Name, möchte ein Bild vom lachenden Brillenfelsen aufhängen. von oben betrachtet zu lächeln. Okay, ich soll einen Felsen finden, der von oben lächelt. Er ist verzeichnet auf der Karte. Moment, wo fängt die Quest an? Aber das ist, glaube ich, egal, wo die anfängt. Brillenfelsen. Wer sieht denn hier aus wie eine Brille? Ein Berg, der lacht. Oh Gott. Aber es heißt einfach Brillenfelsen. Wahrscheinlich nur, wenn ich sehr nah dran bin und wenn ich da schon mal war. Hat er irgendwas gesagt? Schwierig. Die Karte ist ein bisschen groß dafür, um jetzt alles abzuwandern. Alles hier abzugehen. Du bist gerade vorbei. Das stand gerade echt. Brillenfelsen stand hier gerade. Brillenfelsen, tatsächlich. Hä, wer lächelt denn hier? Nix lächelt hier. Muss ich ein Bild von oben machen? Was lächelt denn hier? Ah, vielleicht von hier oben. Danke, Runny. Ich wäre jetzt ewig lang rumgegangen. Ich habe damals als Kind nie gecheckt, wie man bei Majora's Mask den Mond zurückstellt. Deswegen habe ich das Spiel nie durchspielen können. Ja, das ist das große Hindernis, weswegen viele Majora's Mask nicht mögen. Sie sind nie über das Intro rausgekommen. Und es ist wirklich ein Intro, was ich dir in fünf Minuten spiele. Weil es ist eine genaue Abfolge, die du machen musst. Und dann bist du erst im Spiel. Und wenn du das nicht checkst, und es ist schwierig, wenn du das nicht weißt, hängst du da ewig. Und auf einmal geht die Welt unter, und du bist so, what? Du musst alles nochmal machen. Hier wird, wenn du mit allen laberst, wird dir gesagt, was du tun sollst, natürlich. Aber es ist gemein. Es ist gemein. Und das ist schade, dass das dafür sorgt, dass viele das Spiel nicht mögen, weil es ist grandios. Majora's Mask ist so grandios. Der Fels lächelt von oben. Aber ich kann ja doch nicht, ich kann nicht Bilder machen, während ich fliege. Ich habe zuerst Majora's Mask gehabt, als ich danach Ocarina of Time gespielt habe, kam mir das viel einfacher vor. Ocarina of Time ist auch sehr viel einfacher. Vielleicht von da oben, oder von da oben. Wie soll denn der Fels aussehen? Achso, das da. Brillenfelsen. Ich könnte versuchen, von hier oben runter zu. fotografieren. Aber, wo man da lächeln sieht, verstehe ich nicht. So, jetzt. Ich gehe ein bisschen weiter weg, weil ich will die Fäden tatsächlich fangen. Wenn sie nicht schon weg sind. Warum sind die jetzt schon weg? Ah, nee, da sind welche. Nee, SS ist cool. SS tut mir ja nur... Meine Erinnerung an SS ist einfach nur geile Grafik, geile Geschichte, ähm, ein bisschen wacky Gesichtsanimationen, aber die Steuerung hat mir alles kaputt gemacht, weswegen dieses Spiel einen so bitteren Beigeschmack hat. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, weil die Story war echt cool. wie soll ich denn jetzt von einem lachenden Felsen... lächelt der? Vielleicht muss es viel kleiner sein. Also das hier ist der Brillenfelsen. Und hier steht, er ist bekannt genug, von oben betrachtet zu lächeln. Und ich soll von diesem Lächeln ein Bild machen, wahrscheinlich. Von oben betrachtet lächelt der Brillenfelsen. Ich verstehe, warum Brillenfelsen, weil zwei Kreise und ein Ding, aber wo lächelt der? Vielleicht einfach, weil da drunter... Naja doch, man kann schon... man kann schon sehen. Aber wie soll ich das denn fotografieren? Ich kriege gar nicht den Winkel. Ich kann doch sicher nicht fotografieren, während ich fliege, oder? Weil ich kann nicht mal das aufrufen dabei. Vielleicht kann ich L drücken. Oh, man kann? Oh, nee, ich kann nicht. Äh, weil das Lächeln, ich, so ein bisschen, siehst du halt diese eine Linie, aber die geht nicht weiter, die Linie. Und wo soll ich das fotografieren? Da ist ja sogar eine Hydra drauf. Oh, nein. Hey, Mr. Pappnase. Ein Päppchen hier, ein Päppchen da. Der Lord ist da. Ich habe gesehen, du hast Buddy Simulator gespielt. Ich habe das vor einem Jahr oder so gespielt. Es war ziemlich crazy. Ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Ich dachte, es wäre nur so ein kurzes Spiel. Aber es war cool. Cool, wie das Spiel so auf deinem PC eingreift und so. Manchmal. Ich dachte, es passiert viel häufiger. Äh, ich will, ich will, was will ich? Keine Ahnung. Und dann durch Golden Sun. Ja, Golden Sun muss ich noch irgendwann spielen mit Achievements, aber. Hast du das Original auf der Switch jetzt gespielt? Bei Hitze Feuerangriff? Nee, 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 nee. Aber passt schon. So, ich bin gerade auf dem Brillenfelsen und ich soll irgendwie ein Bild von ihm machen, sodass man den sieht. Klick. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Hä? Ich check's nicht. Hab mir aber das Modul gekauft, 150 Euro. Das Modul? Achso, du hast das Spiel gekauft. Das Modul. Die, die, die Cartridge. Ja, ja, ja. Da kann ich dir was Cooles aber empfehlen. Äh, weil das ist ja ein GBA-Spiel, ne? Vielleicht hast du das Video aber auch schon gesehen von mir. Der, der, der GB Operator. Da könntest du das Golden Sun reinstecken und auf dem PC spielen. Dann hättest du gar nicht emulieren müssen. Also es ist emuliert, aber du emulierst von deiner eigenen offiziellen Cartridge runter. Aber das Ding kennst du wahrscheinlich schon. Das ist cool. Wenn du mehr GBA-Spiele oder Gameboy-Spiele allgemein spielen willst, dann ist das echt cool. Die Qualität ist so, so viel besser. Was kostet das? Äh, so 70. War nach einer Woche da. Aber kann ausverkauft sein. Aber eigentlich glaube ich, sollte es nicht ausverkauft sein. Vorhin war jemand da, der wieder gesagt hat, er hat es gerade gekauft. Ich habe so viele Leute dazu gebracht, es zu kaufen. Wegen Pokémon. Ich weiß nicht. Breath of the Wild habe ich zu Release gleich mal 17 Stunden gezockt, ohne es mitbekommen zu haben. Das Einzige, was mich damals gestört hat, war, dass man kein Musikinstrument mehr spielt. Ja. Ja. Allgemein hat mich immer gestört, dass hier so wenig Musik vorkommt. Aber wenn man darauf achtet, stimmt es gar nicht. Sie ist nur sehr subtil, was mega geil eigentlich ist. Oder mal ist es er? Vielleicht hilft er mir dabei. Nein. Okay, das ist nur die Schriften. Das sind 140 D-Mark. Ne, das sind 70 D-Mark. Ich muss jetzt noch mal einen Punkt hin machen. Brillenfelsen. Ich soll ein Bild von dem machen? Wie mache ich von dem Felsen ein Bild? Aber die Carfile-Queste mit Jaws Mars musst du wenigstens nicht machen. Die meisten haben das Spiel ja nicht mal angefangen, weil das Intro, weil das Tutorial vom Spiel schon zu schwer war. Lass mich doch einfach jetzt ein Foto machen. Vielleicht kriege ich hier irgendwie einen Winkel hin, dass ich den da... Moment, kann ich, könnte ich mich auf... Ich könnte mich auf den Flieger stellen und auf dem Flieger kann ich doch ein Bild machen. Boah. Ich meine, da ist ja sogar ein Flieger. Ist das, was die wollen, dass ich mache? Ein bisschen hart. Aber ich kriege keinen Winkel. Aber DS-Spiele kann man damit nicht emulieren. Nee, ist nur Gameboy. Für DS gibt es es noch nicht. Für DS musst du, wenn du original wirklich spielen möchtest, also wenn du das vergleichbar haben möchtest, musst du deinen DS modden, dass er eine Capture-Card hat und dann auch noch Software modden, dass du alle möglichen Spiele natürlich hast. Das ist teurer als 70 Euro. Schau mal, fliegen wir ein bisschen rum und schauen, ob ich ein Bild snappen kann. Go! Oh Gott. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Runter. Keine Ahnung. Was soll ich denn? Oh Gott. Oh Gott. Ja, cool. Das will man sich doch aufhängen. Das kann ich dir im Ernst sein, dass ich so versuchen muss, ein Bild davon zu machen. Und wo lächelt der denn? Der Felsen lächelt doch nicht. Da! Hängst dir auf. Da hast du deinen Felsen. Oh oh. Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Mann, wie lang der gleitet. Das ist halt ein Stein. Oh, okay. Geht nicht gleich weiter. Ein letzter Snapshot. Da war was. Da war was. Da war. Ich hab was gesehen. Da war ein Quest-Symbol. Ah ne, ich glaube, das war das Symbol für... Oh, hallo. Das war das Symbol für den Drachen. Wollen wir mal den Drachen besiegen? Wollen wir mal coole Sachen machen? Äh, wobei, ich glaube, ich würde den nicht... Ich krieg den, glaube ich, nicht hin. Vielleicht... Ist da oben. Was zum Teufel? Warum hab ich keinen Flurry gemacht? Guck mal, das war komisch. Ich sollte mich umziehen. Ah, dann wird mir zu warm. Wirst du eigentlich noch Palwold spielen? Ne, Palwold durchdurch. Ich hab alles in Palwold gemacht, was geht. Ich war nach einer Woche... Hab ich alles gemacht. Ähm... Ich will den Bogen nicht benutzen. Aber ich benutze den Bogen. Und ich benutze natürlich die hier. Ach, jetzt schwitze ich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schwitzen ist schlecht. Da stirbt man. Was ist... Achso, weil ich keine Pfeile hab. Oh mein Gott, ich hab ja keine Pfeile. Ich... Naja, keine Chance. Muss gehen. Doppel Quest. Mag ich nicht. Übrigens mal zu deiner Switch 2 Vermutung. Das ist nicht meine Vermutung, ist die Vermutung von allen Nintendo-Profis. Meinst du, man kann seine Switch-Spieler darauf auch spielen? Auch die ganzen Sachen aus den Abos jetzt etc. Die aus den Abos? Hundertprozentig. Hundertprozentig, weil Nintendo gesagt hat, dass sie an ein System erschaffen wollen, so wie Playstation Plus und sowas, wo du einfach eine Bibliothek hast, die für die nächsten 100 Jahre funktioniert. 100 Jahre haben sie nicht gesagt natürlich. Aber ja, auf jeden Fall, die ganzen Abos gehen da natürlich über. Ob sie rückwärtskompatibel ist, ist die Frage, weil natürlich rückwärtskompatible Konsolen sich schlechter verkaufen. Ich glaube aber schon, ich sage 90%, dass sie rückwärtskompatibel ist. Ja. Weil man da auch schon so Gerüchte gesehen hat, dass du die Switch-Spiele einfach in die Switch 2 reinstecken kannst, so wie beim DS. Switch 2 kriegst du nicht in Switch, aber Switch kriegst du in Switch 2 rein. Wie, die kann ich nicht bewegen? Aber wie komme ich jetzt da hin? Ich weiß wie. Ich weiß auch, wie crazy ich bin. So. Nice. Das ist so cool. Ist das da eine, die ich noch nicht gemacht habe? Ich weiß gar nicht, ob man die, aber ich glaube, wenn ich reingehe, sieht man, ob ich die schon gemacht habe. Aber die ist genau neben dem Turm. Die muss ich schon gemacht haben. Steht das irgendwo? Das solltet ihr hier doch stehen, ob ich das schon geschafft habe. Da ist kein Lebensbalken. Also glaube ich, ich habe es schon geschafft. Oder muss ich jemandem wehtun? Okay, das habe ich schon gemacht. Ja, cool. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Wir könnten einfach versuchen, an all die Steinplatten zu kommen. Aber das ist auch gemein, weil dann muss ich die mir markieren, dass ich weiß, auf welcher ich schon war. Wir müssen einfach hier kurz gucken. Ich glaube, ich glaube, hier war eine. Genau, hier ist eine. Und da kommen wir hin. Bisschen weit. Inzwischen liebe ich, wie Zelda die Musik handhabt. Aber ja, ich meine, ein Instrument hier spielen zu können, ist halt einfach nicht das Prinzip hier. Du hast halt Fähigkeiten. Aber natürlich könnte eine Fähigkeit da irgendwas mit Musik zu tun haben. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, ein Neuanfang. Heißt, sie müssen alles loslassen. Nichts. Von damals. Äh, nein. Das hier will ich. Ich glaube, ein Nintendo Direct wird nächste Woche sein und es werden ein paar interessante Sachen gezeigt, aber nichts, oh Gott, krass. Auch nichts komplett Neues, sondern nur so ein Release für, ich brauch Pfeile, ey. Nur so ein Release für, zum Beispiel Thousand Deer Door oder halt nochmal ein Peach Trailer, nochmal ein Donkey Kong Trailer. Und dann wird gesagt, und haltet euch bereit für eine wichtige Durchsage im März. Und dann sind alle so, Boah, keine Ahnung. Mir ist es auch relativ egal, weil ich weiß, dass sie irgendwann kommt. Mir ist nicht egal, was Pokémon macht. Pokémon verkackt viel mehr. Es wird einfach nur traurig, wahrscheinlich. Die Presence. So, sind wir weit unten, sind wir zu weit oben. Wo ist das? Da? Da komme ich ja nie hin. Wir wollen jetzt, dass ich einen Flieger baue. Wobei, vielleicht ist das Ding stark genug. Das Ding muss ich drehen, um da hinzukommen und dann komme ich vielleicht drüber. Stopp. Ich glaube, da komme ich rein. Woran sehe ich eigentlich, ob ich hier schon war. Gar nicht, ne? Wart mal hier. Oh, ich war hier noch nicht. Die Switch 2 soll so gut sein, wie eine PS4. Sagen anscheinend die Dev-Kit-Besitzer. Soll so gut sein, wie eine PS4. Was, finde ich, gut genug ist für eine Nintendo-Konsole. Ich hätte nicht gedacht, dass PS4, also PS4, klingt schon fast zu gut. Aber, vielleicht wird es ja wirklich so gut wie eine PS4. Komm, schaff mal. dann sollte man noch drüber streamen können. Warum willst du mit einer Switch streamen können? Mit einer Konsole streamen ist immer so viel schlechter. Warum holst du dir nicht für den Bruchteil des Geldes einfach eine Capture-Card? Du hast doch den massivsten PC. Weil ich das gerne einfach habe. Okay. Ich glaube aber nicht. Mit streamen kann man viel zu viel gemeine Sachen anstellen. Das ist keine Schrift. Okay, jetzt muss ich eine Markierung setzen, sonst komme ich durcheinander. So, da ist noch eins. Geil. Nur um die Möglichkeit zu haben, ist aber dann trotzdem nichts zu tun. Genau. Habe ich den schon? Nein. Ich war hier noch nie. So. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass wenn sie eine Switch 2 verkünden, dass dann Pokémon immer noch von der Spiele für die Switch macht. Ja, aber ich, ich, keine Ahnung. Aber ich finde, es kann trotzdem sein, dass, ja, es kommt raus für die Switch, aber es gibt dann ein Update, womit es auf der Switch 2 besser läuft. We will see. Wo ist es? Okay, da komme ich hin. Manche waren kostenlos, ja, aber nicht alle waren kostenlos. Huh. Das war knapp. Oh oh. Oh oh. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Ist da unten irgendwas? Falle ich jetzt jemandem auf den Kopf? Landet das im Untergrund? Nee, es bewegt sich leicht. Der Stein bewegt sich leicht in eine Richtung, aber ich nicht. Oh, Untergrund? Nein, tatsächlich. Oh, dem folge ich. Das ist ja cool. Mal schauen. Ich habe schon ein Bild gemacht, aber wie cool ist das denn? Das fällt einfach in den Untergrund. Ich spiele jetzt so genial. Ich sehe nichts. Das wird weh tun. Gott, die Stimmung einfach hier unten ist so geil. Wie diese Musik einsetzt, sondern alles ist schwarz. Da wäre eine Wurzel. Oh, da hinten ist schon ein Frosch. Alter, dieses Spiel ist so geil. Gebt euch diesen Frosch da jetzt. Ach Gott. Äh, falsch. Falsch. Ist das das? Ist das runtergefallen? Was ist das? Okay, schade. Ich dachte, jetzt steht hier jemand oder so und sagt, Oh, es ist mir fast auf den Kopf gefallen. Sehr cool. Soll ich hier noch ein Ding jetzt freischalten? Oh, was ist da? Das ist aber böse, oder? Was ist das? Ne, das ist ein, äh, Sheikah-Ding. Wie heißen die? Da kommt Fröschchen. Ah. Ich gehe mal zu dem Ding da, weil es so interessant aussieht. Jäger, genau. Ah, da ist auch ein Jäger. Kontrollfahrzeug. Okay, vielleicht gehen wir da nicht hin. Ich will eine Wurzel freischalten hier unten. Aber ich bin ja wirklich... Ja, okay. Oh, da ist Frosch. Von da habe ich doch gerade eine Wurzel gesehen. Da. Geil, wie das Ding sorgt dafür, dass die Welt außenrum quasi erhellt wird. Obwohl das einfach nur was Digitales ist, was meine Kamera anzeigt. Ah, die Welt wird dadurch kurz erhellt. Lustig. Ich habe noch nie so einen besiegt, glaube ich. Muss auch nicht sein. Aber ich sollte mich heilen. Gott, was macht der Frosch? Oh, das wird nichts. Hallo, Kenny, Four Fingers. Hallo. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich bin gerade kurz... Warte. Oh, er saugt. Er saugt. Er saugt. Hallo, Sarilla. So, wo ist mein Punkt denn? Da irgendwo. Ich könnte mich ja heilen, aber es ist ein mehr Nervenkitzel... Mehr Nervenkitzel so, aber ich... Okay, ja, jetzt was essen ist auch doof. Wobei... Man kann ja so weit springen. Vielleicht weil er ein Frosch ist. Wie krass sieht eigentlich das da oben aus? Was ist das? Ach, das ist ein Ivarok. War komplett eingehüllt in Ding. Nee, 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 nee. Okay. Okay, essen. Was habt ihr im Stream gemacht? Hm. Ich will was kleines essen, nicht gleich alles. Ah, hier unten. Fridolin, schieß! Horror Stream mit Layers of Fear. Sehr gutes Spiel. Wart ihr schon beim Baby? Ich sag nicht, was da passiert, aber wart ihr schon beim Baby? Du weißt, was ich meine, wenn Baby... Baby beste Stelle. Hä, aber da wollte ich gar nicht hin. Okay, dann ist da irgendwo noch eins. Okay, wir gehen hier hin. Haben's durch. Baby war geil, oder? Gott sei Dank. Layers of Fear war cool. Ich glaub, der zweite war dann nicht so geil. Den hab ich dann nie gespielt. Weil alle gesagt haben, der ist nicht so geil wie der erste. Frau mit Kind als Gemälde. Keine Ahnung, aber Baby läuft gegen die Wand. Das war lustig. Das ist die Stelle in dem Spiel, wie das Baby gegen die Wand läuft. So, aber warum hab ich denn dann da noch einen Punkt gesetzt? Wo hab ich den denn hingesetzt, den Punkt? Der ist ja nirgendwo. Hi Mariko, gute Nacht. Bin mit Absicht dreimal im Kreis gegangen, mir das anzuschauen. Ja. Ich glaube, meine Markierung war für den Arsch. Die Markierung ist einfach über das Ziel hinausgeschossen. Wir gehen. Also, ist der jetzt noch da? Das da hab ich gemacht. Ist das noch da? Das da hab ich gemacht. Wo ist die nächste? Blumeninsel? Das da, das da, das da. Ich seh, ich bin... Also, ich seh das so gut. Nur ist das sehr weit weg. Oh. Da komm mal hin. Easy. Bestimmt wirst du im Hintergrund noch eine Überraschung finden. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe einmal schon einen Boss wieder besiegt da unten. Ah, keine Ahnung. Das kommt als letztes. Den Untergrund. Ich glaube, da gibt es keine Crocs. Aber du kannst halt da... Du musst da, glaube ich, Bosse besiegen. Und so diese... Da gibt es, glaube ich, Rüstungen, die man gekriegt. Kriegt ganz unten. Oh. Okay, wo ist das? Das ist sehr weit weg. Oh. Das könnte machbar sein. Und dann, äh... Uff. Das ist tiefer. Das wäre blöd. Einmal Raketen und so geht alles. Aber... Ich probiere es mal so. Ich habe schließlich die Ausdauer... Und ich habe Ausdauertränke. Ich muss mir mehr Markierungen machen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, ob ich dieses Labyrinth da schon gemacht habe. Ah, locker. Ist da irgendwo ein Schrein? Ich brauche da mal... einen Punkt irgendwie. Ich glaube, in der Kugel ist immer ein Schrein. Ich glaube, es gibt zwei Kugeln. Ah, da gehen wir danach hin. Da muss irgendwo auf dem Gebilde... muss ein Schrein sein. Wie weit ich fliegen kann inzwischen. Aber ich muss mal mein... mein Flugsegel wieder ändern. Ich will den Dummster da nicht drauf haben. Was war da das Fragezeichen? Nix. Okay. Zur Kugel. Oder zur Fee. Zuerst zu den Fee. Da wäre ein Bosskampf. Vorsicht. Hm. 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 Okay, fuck it. Ich glaube, ich mache noch den... Aber wenn ich den Boss mache, komme ich glaube ich nicht mehr zu der Kugel, oder? Der Boss war doch... Oh, der ist viel zu weit unten. Kugel ist da. Ich komme jetzt schon nicht mehr zur Kugel. Der Kugel ist sicher ein Schnellreisepunkt. Nehmen wir das. Boss bewegt sich von allein. Okay, dann. Dann los. Okay, nein. Oh mein Gott, so viele Tasten. Oh mein Gott, so viele Tasten. Die bewegt sich aber gar nicht. War ich da doch schon drin? Ey, wie gut ich hinten fliege. Wie gut. Ne, hier war ich noch nicht. Oh, hier ist sogar ein Ding. Oh, okay. Ich muss die andere Seite erst finden. Oder aktiviert es den? Ach, das ist aktiviert von beiden Seiten. Nice. Oder? Ja. Gott, wie kriege ich dich denn hier raus? Äh, äh. Ah, oh Gott. Was? Wie? Was? Aber. Was? Okay. Wenn ich mich drehe, dreht sich auch... Also ich drehe die Kugel, oder? Ja, ich drehe die Kugel. Okay, warte mal. Ich muss einen Weg nach unten finden. Die Treppen sollten irgendwann Sinn ergeben. Also die hier. Das hier sollten... Also so zum Beispiel. Oder auch nicht. Ich muss einen Weg nach unten finden. Ah, hm. Hm. Und was ist das hier? Ich meine schon klar, dass ich damit wieder rauskomme. Aber wie soll ich denn den... Kristall... Ich kann den Kristall, glaube ich, nicht halten, während ich... Nee. Was ist, wenn ich da drauf stehe, während ich das mache? Geht nicht. Ich kann nicht ins Loch gucken. So. Aber die werden sich niemals öffnen. Das ist ja kein Öffnungsmechanismus. Schellklingen? Wo ist Schellklingen? Ding, 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 ding. Es kann nicht sein, dass das sich da öffnet. Das ist eher wahrscheinlich, um hier wieder hochzukommen, wenn ich da unten bin. Aber wie soll ich denn da runterkommen? Ich meine, ich kann... Das ist wahrscheinlich einfach nur dafür da, dass ich das Ding so drehe. Dass ich das Richtung Ausgang drehe, dass es, keine Ahnung, hier ist. Passt. Irgendwie so. Alter. Was? Es macht keinen Sinn, wie sich das bewegt. Ich drücke beides und es passieren verschiedene Sachen. Nicht perfekt, aber geht schon. Und dann... Das ist nicht sehr schön gemacht hier, von wem auch immer. Wer hat denn hier diese Konstruktion gebaut? Okay. Das musste ich wahrscheinlich wirklich so machen. Und... Irgendwie muss ich in den unteren Teil dieser Kugel kommen. Moment, es hat sich jetzt wieder zurückgedreht. Ne, hat sich's nicht. Und ich muss irgendwie den Stein da rauskriegen. Achso, ich muss den Stein einfach nur drauflegen. Das wird einfach dann hier drüber geschossen. Das ist aber... Okay. Was, wenn nicht? Ne, dann spawnt er neu. Okay, dann lege ich den da einfach drauf. Wie krieg ich den da drauf? Halt. Halt. Ne, ne, ne. Der fliegt da genau dahin. Anders. Wie soll ich den denn sonst da rauskriegen? Es gibt keinen anderen Weg. Ich komm mit. Sollte ich mit? Locker. Die haben den Stein auch, glaub ich, extra so... ...designt. Dass er nicht bouncet. Eigentlich würde der ja so ein bisschen bouncen. Aber man hat gesehen, der... Wenn der einmal runterfällt, dann... ...der bleibt da. Schwuppdiwupp. Neuer Punkt im Himmel. Bouncy. Any bouncers? Ja, genau. Die Steine. Das gibt's auch hier bestimmt immer noch, dass man so Steinkreise... ...Steine in Wasserkreise schmeißen muss. Rauru Segen. Warum steht der Rauru Segen? Der Schrein heißt aber anders. Es kann sein, dass dieses... ...Reich, in dem wir hier gerade sind, heißt Rauru Segen. Ist es immer so, dass wenn wir in so einem Treppenschrein sind, dass da Rauru Segen steht? Rauru. Die Eule. Ich könnte mal wieder... ...mehr Herzen holen. Ja, das Spiel kann man echt... ...keine Ahnung. 200 Stunden spielen. Ohne fertig zu haben. Lecker Schmecker. Da ist ja noch eine Kugel. Hä? Ach, die da. Okay. Ein bisschen weiter weg. Wie kommen wir denn da hin? Meine Mom hat schon 300 Stunden. Ich weiß. Irgendwas ist auf jeder Insel. Es ist nur die Frage, was man als wichtig sieht. Krass, wie soll man denn da hinkommen? Also klar, man kann überall hinfliegen, aber... ...wie soll man ohne Fliegen da hinkommen? The Beast. Hallo, The Beast. Ja, da muss man hinfliegen. Außer da unten gibt es irgendwo ein krasses Portal oder so. War das eigentlich da in der Mitte, habe ich gemacht. Da war irgendwas mit... ...mit dem Papagei. Okay, suchen wir das nächste... ...Blumen... ...dang. Da, hier. Halt, habe ich das abgekreuzt? Ja. Sicher. Ja, weil da... ...wann war da? Waren hier nicht zwei? Nee, das war hier. Und da. Hier waren zwei nebeneinander. Okay. Hallo, Beast. Hallo, Kuh 2002. Hallo, Beast. Hallo, Kuh 2002. Und ich fand's so geil. ...eigenes Bad. Eigene Tür. Ich hatte eine eigene Tür. Nein, um überhaupt komplett reinzukommen. Ey, hör auf. Nein. Dieses dumme Drehen. Geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Ich weiß nicht mal, ob ich da langen muss. Wo muss ich langen? Ich muss hier raus. Aber ich glaube... ...wird es sich jetzt hier hindrehen, das Loch? I doubt it. So ein geiles Konstrukt, diese Dinge. Also, und zwar habe ich Gold selber gespielt. Ich wahrscheinlich auch. Das ist ja ein perfektes Loch. Perfektes Loch. Ich habe noch nicht geguckt, wo es ist. Ah, da. Auf Lego hätte ich schon mal wieder Bock. Aber die Sets werden immer teurer. Deine Ansprüche sind nur zu hoch. Du willst ja gleich den Millennium falten. Oder die... Das krasseste, was ich je gesehen habe, war der... ...der Pac-Man-Automat. Es gibt einen Pac-Man-Automat. Der ist ungefähr, keine Ahnung, so groß. Aber das krasse ist, du kannst an dem drehen. Und dann bewegen sich Pac-Man und die Geister. Also da ist ja eine Kurbel dran. Das baust du alles. Und da hast du am Ende eine Kurbel. Und wenn du die drehst, bewegt sich Pac-Man auf so einer Schiene. Und die Geister außen rum. Das ist ein interaktives... Äh... Nein, nein. Nein. Schneller. Nein. Ich war nicht vorbereitet. Aber hier ist wenigstens kein Untergrund. Ich hab den Millennium Falcon. Geil. Millennium Falcon, Todesstern, Mario-Fernseher mitspielt. Da bewegt sich auch der Mario, wenn du so drehst. Und das Pac-Man-Ding. Das sind so die Sachen, die abnormal sind. Also all die... So gut wie all die Nintendo-Sachen. Oder Star Wars. Ähm... Da. Gott, wie kommen wir denn da hin? Ich weiß, das sag ich grad die ganze Zeit. Wie kommen wir denn da hin? Ich hatte so viel Lego, aber alles auf Ebay für nix verkauft. Ich hatte auch so viel Lego. Und irgendwo ist es auch noch wahrscheinlich in irgendeiner Kiste bei meiner Schwester. Der Millennium Falcon ist mein Wohnzimmertisch. Wie meinst du? Hast du einen Tisch, der eine Vitrine ist, wo der Millennium Falcon drin ist? Das wär cool. Genau. Ernsthaft? Damn. Mann, seid ihr Nerds? Oh ne. Shit. Okay, wir können da hoch. Aber das da geht doch nicht, oder? Vielleicht. Doch, mit Schwung geht es. Aber ich komm da ja gar nicht... Ah, das hört da auf. Ach nein. Wie komm ich da hin? Vielleicht hört es nicht auf, wenn ich näher rangehe? Hm. Von der Schlange? Die Schlange, wie hoch ist die Schlange? Die ist nicht so hoch. Ist das ein besserer Punkt? Ah, wahrscheinlich hier hoch schießen. Okay. Majora's Mask als Lego wär geil, ja. Daher, sowas hab ich auf Insta gesehen, daher kommt die Idee. Krass. Dieses Jahr soll ein Dekobaum-Set erscheinen. Warum eins der langweiligsten Motive der Dekobaum? Er hat buchstäblich eins der langweiligsten Begriffe der Welt. Wichtige Begriffe, aber langweiliger Begriff. Bum. Erstmal was richtig Geiles von Zelda vermarkten. Okay. Bum. Ein Stückchen. Okay, das geht, das geht. Ich muss einfach da hoch und dann katapultiere ich. Und dann muss ich die Rüstung dafür tragen. Gerne. Jetzt gibt's Zelda-Klemmbausteine, aber nicht Lego. Ja. Wie bei Pokémon. Ein Vitrinen-Wohnzimmertisch. Ihr seid verrückt. Komm, komm, schwimmen! Hoch! Wo ist die Insel? Hä? Wo ist sie hin? Hä? Ist sie so viel höher? Oh. Shit. Das war nicht hoch genug. Ich glaube, ich muss fliegen lernen. Also ich muss, äh... Ich muss mir mein Fliegerding... Ich glaube, vielleicht habe ich genug, um es zu bauen. Der Tisch war nicht so teuer. Hey, wir haben letztens ein Puzzle gemacht. Unsere Wohnung ist so klein. Wir haben das auf unserem Esstisch gemacht, der vorm Fernseher steht. Und das Puzzle war so groß wie der Esstisch. Drei Wochen lang haben wir oft in einem Puzzle gegessen. Und wir konnten, also wir konnten nicht mal alle Teile auf den Tisch drauf tun, also so komplett wirre auf den Tisch tun, sondern wir haben quasi den Deckel und den Boden von der Verpackung genommen und da die Teile reingetan. Dann durch diesen Haufen an Teilen immer gewühlt, um die Puzzleteile zu finden und dann auf den Tisch drauf getan. Bis zum Ende hin. Und dann hatten wir... Naja, dann war es fertig auf dem ganzen Tisch. Unsere Wohnung ist nicht mal groß genug, um ein Puzzle richtig zu machen. Ich habe Puzzle... Ich habe so als Kind so viel gepuzzelt. Ich hatte eins... Mein Lieblingspuzzle war Asterix und Obelix und es war so ein riesiges Wimmelbild. Das war so krass. Und beim Puzzlen habe ich immer den Soundtrack von Prinz von Ägypten gehört. Wie komme ich dahin? Ohne zu fliegen. Ich hätte echt gedacht, dass das hier mich hoch genug katapultieren lässt. Na gut, fliege ich halt hin. Ich habe nicht genug. Nein. Ich hatte nur zwei vorhin gefunden. Vielleicht kann ich was anderes bauen. Ich meine, ich könnte nochmal einen bauen. Ich kann auch einfach einen Heißluftballon bauen. Ich habe ja genug Zeug, ich benutze es nur nie. Okay, wir nehmen einfach einen Heißluftballon. Die brauche ich am wenigsten wahrscheinlich. Und Flammenwerfer. Moment, ich brauche noch... Ich brauche noch irgendwas, wo ich das drauf stelle. Ah, shit. Kann ich mich oben drauf stellen? Geht nicht, ne? Kann sich da nicht festhalten. Gibt es da Plattformen? Da gibt es keine Plattformen, glaube ich. Ich meine, das ist eine fette Plattform, aber... Ach, nö. War das jetzt Verschwendung? Ich meine, ich kann Transporter nehmen. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen schwer. Okay. Abflug. Hey, was? Ich habe das dran gemacht. Ihr Schweig habt es dran gemacht. Warum mein Schwert sprennt? Warum? Oh, ist wieder runtergefallen. Alles gut. Nochmal. Das habe ich doch gerade gemacht. Der hat aber schnell wieder aufgehört mit dem Blasen. Ja, 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 ja. Ja. Ach, der war aus meiner Reichweite, deswegen hat er aufgehört. Ich habe es getan. Süß, der einfach davon, ey. Ich wusste auch, ihr Falle wieder. Nicht mit mir. Wenn das jedes Mal passieren würde, wüsste man, welche man schon hat. Aber ich mache mir Markierungen. Ich habe den Tisch dann beim Kundenprojekt des Monats eingeschickt, bei der Firma, wo ich L-Schienen gekauft habe. Habe da dann den ersten Platz geholt und mehr Preissgeld bekommen, als was ich für den Tisch ausgegeben habe. Daniel. Du kleiner DIYler. Krass. Next. Das war nur Elf oder so. Antikes Monument? Warum wird es bei dem angezeigt? Ach, weil ich das wahrscheinlich schon fotografierte? Nein. Bei den anderen wird es nicht angezeigt. Ich bin verwirrt. Oder weil ich schon abgegeben habe. Und das ist das Einzige, das ich abgegeben habe. Ich vertraue dem nicht. Ich gehe da trotzdem hin. Geld ging direkt in das Switch Lite für meine Freundin. Oh, und dann auch noch, dann gönnt er auch noch. Anstatt einfach direkt den Todesstern zu kaufen. Dann extra dafür einen eigenen Stock ans Haus dran bauen für den Todesstern. Oh nö, das ist jetzt aber kein schöner Platz hier. Cheat! Fuck. Kommst du her? Bleibst du da oben? Wir schießen jetzt. Aha. Oh mein Gott. Das ist ja toll. Ich krieg's nicht hin. Komm ich vom Rand dahin? So geh? Ja, so kann ich auch gehen. Nachzeit. Und irgendwo da. Ja. Ja. Irgendwo da. Ich sollte genau drauf hin. Gucken. Okay, wir müssen einfach los. Wo? Oh, das ist viel weiter unten. Hä? Ist die so weit unten, dass ich sie noch nicht sehe? Oder ist die auch abgestürzt? Oh, dann wäre sie nicht hier oben. Oh, ich glaube da. Hä? Nix, nix, Insel fliegen, was? Du hast deinen auch selber gebaut. Immer wenn ich versucht habe, immer selber zu bauen, ist das kläglich gescheitert. Da ist es, es ist nur so weit unten. Selbst die Terrarien für meine Bartergaben. Ich meine, es hat funktioniert, aber ich habe mir das so schön dann vorgestellt. So, ach ja, hier und dann machst du da Farbe und das und das. Also, es war so eine Sauerei. Ich habe immer noch Objekte, die so mit, mit Harz einfach beschichtet sind, weil ich keine Handschuhe anhatte und weil ich dann unseren Seifenspender angefasst habe mit rotem Harz und so Zeug. Es war so ein Saustall. Das ist, was ich immer unterschätze. So, ah, ich brauche keine Handschuhe oder ah, es passt schon, wenn ich das hier so auf Teppich mache, mir wird schon nichts runterfallen. Und dann zack, bumm, ist alles widerlich. Ich habe vor kurzem einen Kauztisch ohne Anleitung zusammengebaut. Also, in sowas bin ich, ich habe, ich bin, ich, handwerklich begabt klingt sehr, klingt zu krass, aber ich bin schon gut in sowas zusammenbauen und Sachen reparieren und sowas, aber aus dem Nichts etwas, aus dem Nichts etwas erschaffen, nur mit Holz und Kleber, vergiss es. Also, so ein Tisch, wie ihr den gebaut habt, das wäre, das, das kann ich nicht. Hier. Ich habe meinen alten Wohnzimmertisch unten gekürzt und quasi in den Glaskasten drauf gesetzt und dann hast du auch bis an den Strand gegangen und hast Sand gesammelt und daraus dann Glas geblasen und um die, um das Glas zu machen. Nee. Ich, ich finde es bewundernswert. Was ist hier kalt? Das ist das da? Glas zu weit weg. Mist. Manche sind echt so wie zum Teufel. Von hier könnte gehen. Könnte gehen. Ich war früher schon beim Spielzeug vom Überraschungsei überfordert, auch bei einteiligen Sachen. Du meinst selbst so eine, so eine Hippo-Hippo, Happy-Hippo-Figur und du so, oh, legst sie so seitlich hin. Und auf nur den guten Sand von den Küsten Hawaii ist. Nee, du musst den Sizilianischen Sand nehmen. Was passiert, wenn man schwarzen Vulkansand zu Glas macht? Wird es dann schwarzes Glas? Bestimmt. Oh, es ist so hoch, die Dinger, ey. Die schießen einen so krass hoch. So, dann gebe ich die jetzt noch ab, die ich bisher gesammelt habe. Ich bin gespannt, wie viel noch übrig sind. Und dann war es das wahrscheinlich wieder für heute. Und noch neue Herzen hole ich mir. Ich glaube, ich habe immer noch nicht die erste Reihe voll. Dann sehen wir uns wirklich erst am Montag wieder. Du bist dir aber ja auch eine Niete. Ich bin keine Niete, das habe ich nicht gesagt. Speak for yourself. Shrik is bouncing. Bouncy Shrik. Oh, nee. Not with me, not today. Not with me, ja, typisch. Das sagt jeder. Wer kennt es nicht, das Sprichwort, not with me. Ich will immer gucken, wo das landet. Weil vielleicht irgendwann wartet da einer auf mich. Not with me. Okay. Vielleicht finde ich die anderen aber noch zu markieren oder so. Also das da habe ich. Dann Das dumme Bild. Keine Ahnung, wie man das finden soll. Da ist eins. Oh da. Sehr tief. Eins hatte ich auf jeden Fall gestern gefunden. Ein einziges. Das werde ich jetzt einfach doppelt finden. Und dann die da habe ich. Es kann auch sein, dass welche halt auf dem Boden sind. Und da sehe ich dann die Form nicht. Da. Mitten in der Mitte. Drei Stück. Das ist also, Galien, wenn es wirklich nur noch drei Stück fehlen. Vier Stück. Egal, wenn es wirklich nur noch vier Stück fehlen. Okay. Wo ist der Typ nochmal? Das ist doch der hier, oder? Ja, schauen wir mal, wie viel er mir jetzt abkreuzt. Vielleicht haben wir schon das gefunden, was ich schon hatte. Ich glaube, wenn, dann war es das, wo die Tafel drauf war. Gute Nacht, wer sie, wer sie. Mal ganz raus. Ja, da, da were. Elf? Elf habe ich nicht gemacht. Aber wenn es jetzt sieben sind, dann weiß ich wo die letzten vier sind. Geht der jetzt alle einzeln durch? Bitte nicht. Keiner liest es. Doch. Die Zelda-Youtuber, die die Lore-Videos machen, die lesen das. Ich sag nicht, dass das gerade ein einziges Ding war. Muss ich das jetzt bei zehn weitere? Hast du noch mehr Bilder? Oh Gott, dauert das lang. Ich muss so viele Bilder durchgehen. Ah, und dann werden sie erst auf der Karte abgekreuzt. Okay, aber das ist cool, dass sie wenigstens abgekreuzt werden. Ja, vielleicht mache ich das später. Ich muss wirklich nur A drücken. Jetzt drücke ich B. Oh, B geht schnell. Oh, warum drücke ich A, wenn man B drücken kann? Ich habe noch mehr. B, 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 B. Willkommen bei meiner Hass-Quest. B drücken. B, 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 B. Leute, die alles lesen müssen, ist das hier entweder der Horror oder das beste, beste, beste Quest ever. Ich werde reich hier. Stellt euch vor, da gab es am Ende wie in Ocarina of Time so eine Stelle, wo er fragt, hast du das, soll ich das dir nochmal erzählen? Und dein Cursor ist auf Ja immer, so wie in Ocarina of Time. Dass das mal ein Ding war in Zelda, war unfassbar, es war so eine Frechheit. Fünf? Okay, also irgendwo auf der Karte ist noch eins, was ich nicht markiert habe, weil mir fehlen noch fünf. Ja, okay, fünf. Irgendwo ist entweder noch hier eins, oder es ist auf dem Boden. Da, fünf. Jetzt habe ich fünf Markierungen auf jeden Fall, bei denen ich noch nicht war. Sollte, cool. Gute Nacht, Shrik, gute Nacht, Prani. Okay, ich gehe jetzt auch gleich, ich werde noch einmal kurz meine Herzen aufstocken. Und dann war es das. Neun Stück. Vier, ne? Ja, schade. Na, zwei gehen. Bisschen übertrieben, wie viele man hier haben kann. Was war 30? Man kann 30 haben, 15 pro Reihe. Ist krank. Ne, 40, 20 pro Reihe, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 habe ich. 16. Ja, man kann 20 pro Reihe haben. 40 Herzen hat man am Ende. So übertrieben. Und so viele Schreine gibt es. So viele Schreine. Mal wieder Bilder machen von den Sachen. 40. Rückt. Okay. Die gespeichern. Wir haben einiges geschafft. Coole Quests gemacht. Coole Rätsel gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch an diesem Samstag ein bisschen Gesellschaft leisten. Ihr habt es auf jeden Fall gemacht. Morgen bin ich definitiv nicht da. Aber Montagmittag bin ich wieder da. Und wir werden Deoxys mit RNG-Manipulation holen. Denn darüber will ich ein Video machen. Ich danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss.